Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael Moin Guten Tag Wir haben jetzt gar nicht, wir haben jetzt so lange vorneweg gequatscht, aber wir haben gar nicht festgelegt, wer die Begrüßung heute macht. Möchtest du die erste Begrüßung in 2021 machen? Ja Okay Herzlich willkommen zu einer neuen und vor allem ersten Folge der Sicherheitsphilosophen hier bei uns. Ich hoffe, ihr seid gesund, ruhig, friedlich in das neue Jahr gestartet. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also war jetzt nicht, war ja nicht viel erlaubt über den Jahreswechsel. Ich habe mich tatsächlich mit ein paar Freunden getroffen unter Anwendung der Corona-Regeln. Was ich gar nicht wusste bis zum Silvesterabend, ein Großteil von Spandau war Böllerverbot oder Böllerverbotszone. Hatte ich gar nicht mitbekommen. Ich war auch tatsächlich echt überrascht. Also ich konnte mir nicht herleiten, warum, wobei ich ja jetzt auch noch nicht so lange hier in Spandau lebe. Und was ich ganz interessant war, hatte mich ein Kumpel darüber aufgeklärt, als wir zu meinem Bekannten gefahren sind und ausgestiegen sind, stand ein Helikopter am Himmel. Ich dachte mir schon so, hä, die fliegen in der Nacht doch in der Regel gar nicht. Hier und da wurde so ein bisschen geböllert. Dann sagte mir ein Kollege, nee, nee, die setzen dieses Jahr wohl Helikopter ein, um nachzuvollziehen, wo teilweise Raketen aufsteigen und Funkstreifen gezielt dahin zu schicken. Innerhalb dieser Verbotszone. Gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass das kein Schwachsinn ist, sondern dass das der Wahrheit entspricht, weil der da sehr informiert ist. War dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, überrascht. Oh, jetzt klingelt's bei dir. Dann übernehme ich mal an dieser Stelle. Jetzt können wir mal wieder lästern, weil Raphael gerade nicht da ist. Nein, also, auch ich habe Ähnliches erlebt, ruhig. Gut, jetzt bin ich sowieso kein Silvester-Fan in dem klassischen Sinne, der jetzt groß die Silvester-Partys da steigen lässt, beziehungsweise an Silvester-Partys gerne teilnimmt. Aber ich habe, wie jedes Jahr, wie jetzt gefühlt seit knapp 30 Jahren, na, gab ein paar Ausnahmen, aber in Berlin-Neukölln gefeiert und war dieses Jahr tatsächlich echt gespannt darüber gewesen oder darauf gewesen. Wie das ganze Böller-Verbot dort umgesetzt wird, beziehungsweise wie sich das niederschlägt. Wir hatten in Neukölln irgendwie fünf oder sechs Böller-Verbotszonen und meine Vermutung an dieser Stelle war tatsächlich gewesen, dass die Polizei sich darauf konzentriert. Jetzt ist Berlin-Neukölln natürlich auch nochmal ein Bereich, ein Bezirk von Berlin, der, ich sag mal, ja auch zu Silvesterzeiten nicht ganz unkompliziert ist. Und dass vor allem dann außerhalb dieser Böller-Verbotszonen ganz, ganz ordentlich, ja, dass ausgenutzt wird, dass die Polizeipräsenz gebündelt ist. Ich muss tatsächlich sagen, ich war mega überrascht gewesen, dass, ja, es wurde ein bisschen geknallt, es kamen auch ein paar Raketen raus, aber das war alles in allem sehr gesittet, sehr ruhig gewesen. Und vom Balkon konntest du noch bis spät in die Nacht über die ganze Stadt blicken. Einfach, das warst du nicht mehr gewohnt. Das war früher so, dass du nach 20 Minuten, nach Mitternacht, einfach wirklich vor einer weißen Wand standest, weil die so ausgerastet sind. Und jetzt freie ich mal. So, da bin ich wieder. Da ist er wieder, pünktlich. Du hast meine Silvester-Neukölln-Geschichte verpasst. Kurze Anmerkung noch dazu. Ich musste tatsächlich mal einmal Silvester am Hackischen Markt in der Nacht arbeiten, in einem Hotel. Und hätte dann an der Hermannstraße, also wirklich im Kerngebiet von Neukölln umsteigen müssen und hatte mir vorsorglich ein Taxi bestellt. Und ich war noch nie so schnell, also auch mit Auto noch nie so schnell von meinem damaligen Wohnort im Süden von Neukölln bis zum Hackischen Markt gewesen, weil ja praktisch den ganzen Bukower Damm und dann hinten das Stück Sonnenallee und raus über Cottbusser Tor einfach durchgerast ist. Es war ihm so scheißegal, ob das eine rote Ampel war oder nicht. Wirklich wie gefühlt in Kabul von allen Seiten beschossen wurden. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Neue Anekdote zum Ich-bekomme-Pakete. Ich habe total vergessen, dass ich hier noch ein Paket bekomme. Jetzt weiß ich aber wieder, was es ist. Geliefert mit Hermes. Und du wirst es kaum glauben, der wollte von mir eine Unterschrift auf meinem Paket haben. Ja, das kenne ich. Das ist bei Hermes jetzt der Standard. Amazon und DHL schmeißt dir das irgendwie an den Kopf und Hermes lässt dich das auf dem Paket, also auf diesem Paketschein-Zettel da unterschreiben. Genau, auf dem Paketschein quasi. Und der hat es dann einmal abfotografiert und dann habe ich mein Paket bekommen. Das Witzige an dieser ganzen Sache ist, ich weiß nicht, wie er es jetzt bei dir gemacht hat, aber das soll ja den Corona-Maßnahmen dienlich sein. Witzigerweise gibt er dir dann den Kugelschreiber, mit dem wahrscheinlich 500 andere Leute vorneweg schon unterschrieben haben. Also das Konzept Corona-Verordnung umsetzen. Nice try, Digga, aber nicht ganz bis zu Ende. Naja. Ich will eine ganz kurze, ganz zu Anfang, sonst vergesse ich das wieder. Ich möchte eine Buchempfehlung abgeben. Wie gesagt, auch nicht dafür gezahlt, aber ich habe das schon mal auf Facebook und ich glaube auch auf Twitter gepostet. Ich habe mich jetzt mal in unseren freien Tagen mit dem Buch von Thomas Heise und Klaas Meierheuer, also den beiden Spiegel-TV-Journalisten, die man generell irgendwie im Landgericht Berlin, im Kriminalgericht Moabit sieht, die dann den Clans hinterherlaufen und sagen, Herr Abou-Chaker, Herr Abou-Chaker, bitte ein Interview. Die haben ein Buch rausgebracht beim Spiegel-Buchverlag, die Macht der Clans, arabische Großfamilien und ihre kriminellen Imperien und da wir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch schon mal über Clankriminalität hier gesprochen haben, kann ich dieses Buch nur empfehlen, wenn man mal ein bisschen die Frustration zwischen den Zeilen ignoriert, die bei den beiden Autoren da existieren, die man an der einen oder anderen Stelle auch verstehen kann, ist das ganz interessant, wie so ein Start, so ein Startsystem seit 40 Jahren, seit den 1980er Jahren mehr oder weniger versagt und eigentlich den Clans mehr oder weniger machtlos gegenübersteht. Also total spannend, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist kein Product Placement, sondern wirkliche Buchempfehlung aus der privaten Fieder an dieser Stelle. Ja, hat ja ein bisschen, also erinnert mich gerade an die Videoserie, die der Spiegel auch macht da, die macht der Clans, also war doch, glaube ich, auch mit dem Titel, die macht der Clans, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Insofern interessant. Wird jetzt zwar nicht mein Buch, einfach weil das nicht so meins ist, aber sonst? Nö, also wie gesagt, das muss einem auch gefallen, aber vom Prinzip her, ich finde das ganz spannend, also wir haben ja auch versucht, an der einen oder anderen Stelle ja schon mal nachzuvollziehen, was so die Gründe dafür sind, wieso, weshalb, warum sich Clans auch so frei bewegen können. Das wird relativ deutlich da drin, auch schön belegt mit Quellen. Also für denjenigen natürlich, den es interessiert, der soll sich's lesen, ansonsten wird das bestimmt irgendwann auch als Hörbuch rauskommen. Ja. Ja, ja. Klingt gut. Lass uns mit den Quickies weitermachen. Die stehen ja wie immer auf unserer Liste. Genau, und ich mach dir eine Freude mit dem persönlichen Jingle dafür. Ach, so ernst ist das nicht. Die News Quickies. Ja. Warum auch immer da eine Sirene drin ist. Ja, das soll so ein bisschen unterstreichen, dass wir Security sind. Ja, aber sprechen wir beide uns nicht ständig dafür aus, dass wir uns deswegen genau nicht mit der Polizei vergleichen? Ja, ja. Wollen? Ja. Du kannst ja auch deine private Sirene haben an deinem Moped. Nennt sich das Hupe? Ja, zum Beispiel. Visualisierung. Visualisierung des gesprochenen Wortes in die Köpfe unserer Zuhörer. Ah, okay. Ich sehe gerade in unserem Regieplan, du hast ein Thema mitgebrochen, was ich mitgebracht, nicht mitgebrochen, sondern du hast ein Thema mitgebracht, was mich bestimmt zu 100% auch betrifft, weil das habe ich gestern auf meinem Tablet weggeklickt und die Tage davor auf meinen Smartphones. Ich glaube, ganz viele andere haben das auch schon gemacht. Genau, du hast ja jetzt schon hart gespoilert. Naja. Also tatsächlich, ich habe das heute, also ich habe heute auf Arbeit, von Arbeitsseite tatsächlich auch dazu eine Info bekommen und habe das deswegen einfach mal in meinem Bereich weiterverbreitet und da sagte tatsächlich einer, ich habe das überhaupt gar nicht mitbekommen. Deswegen, vielleicht habt ihr es mitbekommen. WhatsApp aktualisiert seine Nutzerrichtlinien und zwar könnt ihr dem nur zustimmen, also wenn ihr WhatsApp zu einem bestimmten Zeitpunkt aufmacht, das war jetzt einmal im Januar, spätestens aber am 8. Februar, erscheint ein Pop-up, wo drin steht ja hier neue AGBs, zustimmen, nicht zustimmen. Solltet ihr mit Stichtag 8. Februar auf nicht zustimmen klicken, könnt ihr mit Stichtag 8. Februar WhatsApp per se nicht mehr nutzen. Das ist dann ausgeschlossen. Wenn ihr zustimmt, stimmt ihr den neuen AGBs zu und was in diesen neuen AGBs drinsteht, darüber streiten sich wie immer die Geister. Erhelle uns. Ja, also es fällt tatsächlich mir auch schwer aus den ganzen Zeitungsberichten und was da nicht alles ist, das genau rauszulesen. Also bisher hieß es, WhatsApp wird erlaubt, die Nutzerdaten mit dem Mutterkonzern WhatsApp zu teilen, was ja vorher hieß von wegen WhatsApp eigenständiges Unternehmen und kein Zusammenhang mit Facebook, fällt jetzt quasi raus. Das war so der große Punkt, also dass sie Nutzerdaten abgreifen und auch an Facebook weitergeben dürfen. Darunter Standort, also viele haben dann gleich gesagt, ja, dann Standort, Nachrichten, Sprachnachrichten, Fotos, etc. pp. Daraus habe ich heute schon gelesen, wurde dann ein Dementi verfasst von wegen, nee, 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 Moment, also das heißt nur, wir dürfen das, das heißt ja nicht, dass wir es machen. So, das war Punkt eins. Punkt zwei war dann, naja, also wir können eure Nachrichten sowieso nicht lesen und die geteilten Standorte können wir uns auch nicht angucken, weil es ja Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber, also ich nutze WhatsApp, ja, weil es eigentlich jeder nutzt, aber WhatsApp sagt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ich wage das zu bezweifeln, einfach weil es gehört zu Facebook und Facebook ist eine Datenkrake. Kann es aber weder belegen, noch kann ich das quasi, ja, dementieren. Daraus wurde dann die Nachricht, ja, nee, Moment, also klar, wir dürfen, was Nutzerdaten angeht, dürfen wir jetzt die Nutzerdaten weitergeben an Facebook, aber es geht nur darum, um Nutzerdaten, die Unternehmen quasi mit ihren Kunden nutzen. Um quasi die, ja, die Customer Experience noch ein bisschen zu erweitern, also auch dann nur, wenn es Facebook gehostete Services sind. Also wenn ein Laden Kunden nicht nur durch ihre eigene Internetseite akquiriert oder mit denen Kontakt hat, sondern auch über Facebook zum Beispiel oder über WhatsApp in dem Fall, dann dürfte WhatsApp Daten in diesem Zusammenhang zu diesem Kundenkontakt mit dem Händler, dürfte diese Daten nutzen. Das war das nächste Ding. Undurchsichtig. Stand jetzt nach einem Dementi von, oder nach einem Artikel von den Stuttgarter Nachrichten, werde die Vertraulichkeit der Nachrichten an Freunde und Familie in keinster Weise beeinflusst. Sie wollen mit den Gerichten, Sie können keine Nachrichten lesen oder Anrufe mithören. Wo hatte ich das hier stehen? Stattdessen gehe es um Unternehmen und Händler, die mit ihren Kunden über WhatsApp kommunizierten und über die Weitergabe dieser Daten an Facebook, da soziale Netzwerke an Kandidaten wiederum für gezielte Werbung nutzen. Das ist quasi so jetzt der aktuelle Stand, war jetzt ein Zitat von der Stuttgarter Nachrichten, immer verlinkt. Was jetzt das Interessante an der Sache ist, die Konkurrenten profitieren jetzt relativ stark davon. Also gerade hier Telegram, es gibt noch dieses Signal. Die Stuttgarter Nachrichten schreiben hier nämlich, dass Telegram aufgrund dieser AGB-Änderung bei WhatsApp innerhalb von 72 Stunden rund 25 Millionen neue Nutzer hinzugewann. Die Plattform ist von einem russischen App-Gründer gewesen, also ist auch Open Source, deswegen sagt man ja gut, das ist aber auch nicht ganz so sicher, weil jeder kann einen Quellcode sich angucken. Und die hatten bisher monatlich rund 500 Millionen aktive Nutzer und haben es jetzt geschafft, in 72 Stunden 25 Millionen Nutzer neu zu akquirieren. Im Vergleich, WhatsApp hat rund 2 Milliarden Nutzer, steht hier. Bei Signal ist die Nutzeranzahl wohl auch gestiegen, leider haben sie hierzu aber keine Zahlen. Genau, also muss quasi jeder für sich selbst entscheiden. Instagram gehört ja auch zum Facebook-Konzern. Da sind alle, die auf Instagram unterwegs sind und da ihre krassen Storys posten, die sind quasi auch schon in der Datenkrake drin. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich von WhatsApp jetzt weggehe aufgrund dieser AGB-Änderung und weil ja auch offensichtlich für niemanden so richtig klar ist, was das jetzt bedeutet. Und dann ist mir aufgefallen, ja, mach das mal. Kannst du quasi deinen gesamten Freundeskreis Akta legen, wenn die nicht mitziehen. Erstens das und zweitens, das habe ich in irgendeiner Doku, die ich gar nicht jetzt mal definieren kann, vor ein paar Wochen gesehen. Es hilft dir ja nichts. Es bringt dir ja nichts als User, wenn du von WhatsApp weggehst, weil, also nehmen wir mal an, du würdest jetzt sagen, okay, ich möchte WhatsApp meine Informationen nicht mehr zur Verfügung stellen. Dann wäre es das eine und du gehst zu Telegram und ich sage, ja, ich bin bei Telegram und bei WhatsApp und habe dort mein Adressbuch importiert, was ja jeder macht, sonst kann ich ja WhatsApp ja nicht nutzen. Dass ich die Zugriff auf mein Adressbuch habe, dann kriegt ja WhatsApp automatisch schon deine Daten mitgeliefert, die es dann ja wiederum versucht, auch wenn du jetzt WhatsApp nicht nutzt, mit deinem Facebook-Profil zu kombinieren. Um dort gegebenenfalls auch wieder Daten abzugreifen. Also du kommst, du wirst nie, auch wenn du persönlich für dich sagst, ich gebe auf, ich werde dieser Datenkrake Facebook. Interessanterweise gibt es da momentan, glaube ich, irgendwelche Kartellrechtsverfahren in den USA, weil man da festgestellt hat, oh, das wird denen tatsächlich auch zu groß. Aber du wirst Facebook, WhatsApp, Instagram, also all diese Apps, die da seitens von Facebook sind, wirst du nie loswerden, wenn mindestens einer in deinem Freundeskreis seine Nummer auf deinem Smartphone abgespeichert hat. Ja, vor allem, du kommst halt auch einfach nicht davon los, weil du das Problem hast, du müsstest ja, also ja klar, die haben jetzt vielleicht 25 Millionen neue Nutzer akquiriert. Aber du bekommst ja das Problem, dass, sag schon, dass du ja quasi mit deinem kompletten sozialen Umfeld auf das neue Programm umziehen musst. Also das ist ja das Problem. Und sobald halt einer sagt, also oder eine größere Anzahl Personen sagt, nee, ich möchte aber nicht von Facebook weg, weil ich finde das da ganz cool, hast du ja schon verloren. Ja, und seien wir mal ehrlich, ohne jetzt hier einen Ost-West-Konflikt zu schüren, meine Daten bei einem Russen zu hinterlegen, also finde ich mindestens genauso kritisch wie den Bereich bei den Amerikanern abzulegen. Und vor allem muss ich ja auch sagen, es ist ja auch eine Frage der Usability, ne? Also wir sind jetzt alle mit WhatsApp erzogen worden, wir wissen, was wir für Vorteile bei WhatsApp haben. Ich habe jetzt neulich mal probiert, mach mal, versuch mal bei Telegram eine Sprachnachricht abzusenden. Das kannst du nicht. Du kannst keine Sprachnachrichten. Also ich kann... Ich gucke parallel mal rein, aber ich habe bisher... Ah, guck mal, ich sehe es gerade, als ich bei Telegram reingehe, dass ein Freund von mir jetzt auch Telegram benutzt. Also ich weiß nicht, ob du das über Datei oder ähnliches machen kannst. Nee, da kannst du nur Dateien senden. Wo ist denn hier der Storion? Du kannst auf der einen Seite keine Sprachnachrichten. Und, was auch das Geile ist, das Zweite ist, ich finde Telegram unglaublich unzuverlässig, weil, das haben wir jetzt gerade gesehen, wir kommunizieren ja jetzt auch in einer privaten Gruppe zusammen, also wir beide plus ein paar Freunde über Telegram. Ich merke total oft, sobald sich das System aktualisiert, beziehungsweise ein Update gefahren hat, da musst du danach aktiv in das System reingehen. Nicht alle Nachrichten werden immer durchgestellt, das dauert manchmal Ewigkeiten. Ich finde die Usability einfach schwierig und parallel dazu... Und parallel dazu... There you have it. I have it? Wie hast du das geschafft? Lesen, verstehen, anwenden. Okay. So was für junge Menschen, nicht so für alte Menschen. Genau, Digital Natives. Und dann ist ja noch ein zweites Problem, ich muss ganz ehrlich sagen, also, wenn du das so hörst, wer sich da gerade so auf Telegram und welchen Gruppen da rumtreibt, weiß ich nicht, ob ich auch nochmal in so einem Kontext, in so eine Lage gebracht werden möchte und mich dort auch bewegen möchte. Vielleicht sollten wir es einfach so machen, wie der Michael Wendler jetzt, bringt er jetzt seinen eigenen, er hat es zu Anfang Nachrichtendienst genannt, raus. Hat sich dann jetzt unbedingt entschieden, sein eigenes Programm rauszubringen. Sollen wir mal, gucken wir mal, schauen wir mal. Vielleicht sollten wir auch was Eigenes entwickeln. Ähm, das ist witzigerweise der, wie heißt er denn, der Oliver Pocher macht das auch, ne? Der hat auch so, also ich sehe das ab und zu auf Facebook, der macht auch ständig irgendwie so eine Nachrichten... Bildschirmkontrolle, ja, sehr geil. Sehr geil. Ja, ich bin tatsächlich nicht so der Freund von Oliver Pocher. Ja, schwierig. Ich finde die Nachweisbarkeit seiner Aussagen da stellenweise auch schwierig, auch die Nachvollziehbarkeit, also sich irgendwie in Gegenformat zum Wendler hinzustellen und den Wendler ständig irgendwie als die übelste Scheiße vom Dienst zu beleidigen, ja, kann man rechtlich vielleicht machen. Von einem hohen Niveau zeugt es aber trotzdem nicht in meinen Augen. Also, deswegen, ich freue mich, dass sich wer drum kümmert, aber ich weiß nicht, ob er der richtige oder er das richtige Format gewählt hat, aber das, wie es so schön heißt, darf sich jeder selbst aussuchen, weil wir sind ja alle in einer Demokratie aufgewachsen, wo freie Meinungsäußerung gilt. Ja. Und dann darf ich... Sofern lassen wir ihm auch das. Genau. Und wir verurteilen es nur. Genau. Also, ich sage meine Meinung dazu, wie er das Wasser macht, ob er es macht, das ist dann überlassen. Ich bin der Letzte, der ihn davon abhalten wird. So wichtig ist es mir dann doch nicht. Insofern, ja, mal gucken. Sehr schön. Spannendes Thema. Ich glaube, du hast so dem einen oder anderen tatsächlich geholfen an dieser Stelle. Vor allem mir geholfen. Also, was heißt geholfen? Also, du hast zwar mehr Fragezeichen aufgeworfen, weil letztendlich keiner weiß so wirklich, um was es geht und was sie damit machen. Ich sage mal so, ein Schelm, wer Böses denkt, wenn sie nicht das schon vorher gemacht haben, was sie jetzt niedergeschrieben haben. Weil du kannst es ja einfach nicht kontrollieren. Die Datenhoheit liegt ja bei jemand anders. Und versuch mal, Facebook zu einer Auskunft zu deinen Daten zu motivieren. Na, du kannst dir wohl die Daten ja zusenden lassen. Ja, habe ich gemacht vor ein paar Wochen. Auch von Facebook? Ja. Ich habe es bei Facebook gemacht, kurz bevor ich meine Facebook-Gruppe lahmgelegt habe, habe ich von Facebook abgefordert, sämtliche Daten, die sie praktisch in diesem Kontext mit meiner Gruppe gespeichert haben, abzufragen. Also, das einzige Interessante, was ist, ich hätte mir nicht den Aufwand machen müssen, alle Nachrichten zusammenzuschreiben und dann in ein Buch zu packen, sondern ich hätte einfach meinen Facebook-Account, das haben sie sehr schön aufbereitet, alle deine Postings, seitdem du diese Gruppe eröffnet hast, das waren ja dann drei Jahre gewesen, schön chronologisch aufzulisten und was du dazu geschrieben hast und ähnliches. Das fand ich schön, das sind auch, wenn du es ausdrucken würdest, irgendwie knapp 800 Seiten, glaube ich, aber in drei Jahren kommt halt eine ganze Menge Scheiße teilweise zusammen. Also, das hättest du ausdrucken können und als Buch binden können, so wie es Jan Böhmermann gemacht hat mit seinem Twitter-Buch, aber unabhängig davon, du kriegst halt so wenig wie möglich, du kriegst ganz, ganz wenige Informationen. Also, und das ist halt rudimentär, weil, verklag mal Twitter aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung in den USA, da siehst du, glaube ich, relativ mau aus. Das ist es halt und was du halt sagst, die Datenhoheit liegt bei wem anders. Selbst wenn du sagst, ich hätte gerne die Daten, ja, ja, wir senden sie ihnen zu, du hast jetzt 800 Seiten von Facebook bekommen. Okay, und wo ist die Sicherheit, dass das wirklich alle Daten zu dir sind? Also, vor allem, sie schicken dir ja quasi nur die Postings oder die Daten darüber, welche Postings du gemacht hast. Was Facebook dir offensichtlich ja nicht schickt, ist, welche Seiten klickst du an, auf welchen Seiten warst du, auf welche Werbung wurde dir angezeigt, warum wurde dir die Werbung angezeigt, wie haben sie die Daten verarbeitet? Und das ist ja jetzt eigentlich der erst interessante Teil. Also, auch die Frage, hast du Spiele auf Facebook gespielt? Warum hast du, also, was ist daraus generiert worden? Welche Daten haben sie da rausgezogen, dass sie dir bestimmte Werbungen anzeigen? Hast du von Facebook aus auf irgendwelche Links geklickt, die dir innerhalb der Werbung angezeigt wurden? Und was wurde daraus generiert? Das ist ja eigentlich, also, diese Metadaten im Endeffekt, das ist ja eigentlich erst das Interessante, nicht, welche Postings ich geschrieben habe. Das kann ich mir in der Timeline selber angucken. Und da, in meinen Augen zumindest, siehst du ja schon, selbst wenn du die Daten abfragst, kriegst du ja nicht mal alles. Ja, 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 gebe ich dir recht. Insofern, aber gut. Du kriegst aber, interessanterweise, weil ich das am selben Abend selber gemacht habe, du kriegst tatsächlich bei Facebook, würde ich jetzt aus dem Bauchgefühl, ich habe es natürlich nicht verglichen, weil so viel Langeweile habe ich dann auch nicht, aber allein vom Bauchgefühl, du kriegst bei Twitter, ich habe es am selben Abend bei Twitter angefragt, das sind ja alles so Online-Tools, die du da abfragen kannst, bedienen kannst, das haben sie alle schon vorbereitet. Twitter hat mir deutlich, deutlich weniger Informationen gegeben und auch, und dann geht es ja wieder weiter, es ist ja nirgendwo so wirklich festgelegt, in welcher Form diese Informationen aufbereitet werden müssen und ähnliches. Also, da muss ich schon sagen, da war Facebook schon ein Stück weiter, aber vom Gefühl her nicht wirklich, wirklich, wirklich sonderlich weit. Okay, ja, spannendes Thema, also vielen Dank an dieser Stelle. Hat, glaube ich, so den einen oder anderen nochmal dazu gebracht, zumindestens nochmal, vielleicht auch online sich damit zu beschäftigen, was für Themen er, oder was er da eigentlich zugestimmt hat. Ähm, auch ich werde es mir dann im Nachhinein nochmal angucken. Ich habe heute tatsächlich Themen mitgebracht, die sich nur aus dem wirtschaftlichen Bereich bewegen, also zumindestens bei den Quickies. Ähm, ich würde das mal ganz kurz anreißen, ähm, dann deine Meinung, ich würde wahrscheinlich sogar zwei, na ne, wir fangen mit dem ersten Thema an. Also, ihr habt das vielleicht mitbekommen, ähm, in Hessen wird seit Montag gestreikt, also zumindestens, ähm, gab es die Streikankündigung seitens Verdi, ähm, die jetzt auch offensichtlich ausgeweitet ist. Ähm, Verdi bezeichnet das selber online als einem gelungenen Streikauftakt am Montag, ähm, in dessen Woche sich jetzt, also bis heute, wir nehmen heute, muss man auch vielleicht dazu sagen, heute ist Mittwoch, der 13.01., ähm, weitere Unternehmen sich daran beteiligen, also zum Beispiel die Revierfahrer seit Mitternacht bei, äh, Prodieck, das ist ein Unternehmen der Kieler Wach- und Schließgesellschaft oder der Kieler Wach- und Schließgesellschaftsgruppe in Ostwestfalen, ähm, ähm, aber auch in anderen Bereichen wird, ähm, zum Beispiel bei Ikea, Flüchtlingsunterkunft, Interventionsstelle, Universität Paterborn wird heute bestreikt, finde ich aus der Sicht heraus total spannend, weil das war ja immer so dieser Vorwurf und vielleicht erinnert ihr euch an dieser Stelle, ansonsten könnt ihr es hier auch nochmal nachhören, ähm, ähm, aus dem Gespräch, aus dem Sommergespräch mit Verdi, ähm, war das ja immer so dieser Vorwurf an Verdi gewesen, naja, Verdi versucht das ja nicht wirklich, sich in der Branche zu organisieren oder die Branche an sich zu organisieren, jetzt kannst du sagen, ist das ein Vorwurf von Verdi oder ist das ein Vorwurf gegenüber den Mitarbeitern, die dort sitzen und, ähm, sich nicht organisieren, aber jedenfalls haben sie es in Nordrhein-Westfalen geschafft und ganz frisch muss man dazu sagen, auch Hessen wird anfangen ab morgen zu streiken, zwar in einem sehr begrenzten Umfang, ich gucke mal, ob ich das gerade wieder finde, genau, also die Wiesag Verkehrsservice, den Fahrausweisprüfdienst der VGF Frankfurt und die Wiesag Sicherheit und Service Hessen, Service Hessen sind aufgerufen zum Streiken ab morgen, ähm, vom 14.01.22 Uhr bis 16.01.1 Uhr, finde ich ganz interessant, Verdi begründet zumindest im Bereich Nordrhein-Westfalen das damit, dass, äh, sich der Arbeitgeber, der Bundesverband zu stark auf die Auswirkungen der Corona-Krise, ähm, beruft, ähm, und somit tatsächlich keine wirkliche Lohnerhöhung, ja, anbietet, also man bietet irgendwie was an, so 1,6% für 2021, danach nochmal, äh, 2,6% für 2022, Verdi fordert, ähm, 1 Euro pro Stunde mehr, aber mindestens 6%, ähm, und interessant fand ich einfach auch dieser, dieser Aussage mal wieder von, ähm, vom BDSW, die ich einfach nur lächerlich in der Begründung finde, käme es zur Preiserhöhung als Folge der Lohnerhöhung, so könnten Firmenkunden das nicht nachvollziehen, ja, aber wenn der Tarifvertrag allgemein verbindlich erklärt wird, dann ist das erstmal irrelevant, ob Firmenkunden sich das, ob Firmenkunden das nachvollziehen können, sie haben ja dann keine Alternative, also wenn sie der Meinung sind, sie benötigen Sicherheit an diesem Standort, dann werden sie Sicherheit benötigen und wenn wir das einfach nur nochmal hochrechnen, 130.000 offene Stunden mal vielleicht, ich sag mal, 170 in Stunden im Monat, dann leisten doch bundesweit die Sicherheitskräfte doch sowieso schon Überstunden im Bereich von 2,2 Millionen Stunden pro Monat, 2,1, 2,2 Millionen Stunden pro Monat, ähm, da ist auch der mögliche, also wenn ich da eine Lohnsteigerung habe, wir sind ja hier nicht wie beispielsweise in der Marketingbude oder in der IT-Entwicklungsbude oder ähnliches, sondern jeder Sicherheitsmitarbeiter erwirtschaftet ja den eigenen Lohn auch wieder beim Kunden, ähm, die Sicherheitskräfte waren jetzt auch aufgrund der Corona-Situation auch erheblich, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, einem Risiko ausgesetzt gewesen, weil es eben diejenigen waren, einen von den systemrelevanten Berufen, die trotzdem arbeiten mussten, ähm, sie waren sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle auch Gewalt oder Angriffen, verbalen Angriffen ausgesetzt, was die Thematik Corona-Leugner beispielsweise angeht und das nicht zu honorieren, sondern da wieder zu sagen, wir, wir bleiben da im unteren einstelligen Prozentbereich in der Lohnerhöhung, finde ich schwierig und diese ganze wirtschaftliche Ausrichtung in Richtung Profitmaximierung, habe ich ja am Montag schon dargestellt mit dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz, ich finde, das ist momentan eine Ausrichtung vom BDSW, die ja auch der Branche langfristig schaden wird, weil Attraktivität im Niedriglohnsektor kommt meines Erachtens auch daher, dass ich vernünftige Löhne zahle und wenn ich da wieder keine Lohnsteigerung habe, dann werde ich das Problem, 130.000 offene Stellen zu besetzen, auch langfristig nicht lösen können. Ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du die Arbeitgeber, die Auftragsgeber oder die Kundenperspektive einnehmen möchtest und mir widersprechen oder ergänzen möchtest, ähm, aber vielleicht siehst du es ja auch komplett anders. Ähm, nee, will ich, also will ich in dem Fall nicht, weil ich aber auch zugeben muss, dass dieses ganze Thema mit, dass jetzt Streiks aktuell sind, komplett an mir vorbeigegangen ist, ähm, und ich einfach so uninformiert darüber bin, außer jetzt deinen eben geführten Monolog, dass ich mir da ehrlicherweise jetzt nicht herausnehmen will, zu sagen, ja, aber warte mal, also wie folgt, weil ich glaube, da kann ich jetzt keine, keine vernünftige Meinung mit abbilden, weil meine Informationen zu schwach sind. Aber dann, dann, dann könnten wir es ja mal grundsätzlich fragen, also natürlich, also natürlich sind wir in der Situation, unsere Kunden zum Großteil, und ich glaube, in der zweiten Welle war es nochmal anders, als wir es in der Kunden zu bringen und das nicht die Technikfirmen machen, also Zutrittskontrolle, beziehungsweise People-Counter, etc. Aber das ist natürlich jetzt eine Situation, die man in allen Branchen vielleicht außerhalb der Pflege oder medizinischen Bereich an sich diskutieren könnte. Sollen jetzt die Mitarbeiter einen Beitrag dazu leisten, dass es den Unternehmen besser geht, langfristig wieder gut geht, also auf eine Nullrunde, also eine Nullrunde anstreben und Gehaltserhöhung verzichten? Oder bist du der Meinung, dass, ähm, trotz oder gerade erst recht aufgrund der Situation wir, ähm, nicht den Menschen, der ja auch gelitten hat durch die Corona-Situation und durch Kurzarbeit vielleicht oder ähnliches, ähm, ja, belohnen müsste? Das war mir jetzt zu viel Text. Frag nochmal in kurz. Okay, nochmal in kurz, ähm, in kurz gefragt. Äh, wirtschaftliche Situation bei Unternehmen schwierig momentan, jetzt unabhängig auch der Sicherheitsbranche. Ähm, würdest du sagen, weil ja auch in anderen Bereichen ja Lohnerhöhungen oder Tarifdiskussionen ja momentan stattfinden, sollen die, sollen die Mitarbeiter auf, äh, eine Lohnerhöhung dieses Jahr verzichten, damit es auch den Unternehmen an dieser Stelle vielleicht besser gibt und Arbeitsplätze gesichert werden? Oder sagst du, wir dürfen den Arbeitnehmer, der ja auch schon gelitten hat, nicht, ähm, vergessen und von daher müssen wir, ähm, auch an, an den Mitarbeiter denken und da können Unternehmen jetzt gerade nicht gerettet werden. Ich hoffe, das war jetzt eindeutiger. Das war eindeutiger. Na, die Frage ist ja jetzt, ähm, also, man kann das jetzt aus verschiedenen Richtungen betrachten. Der, äh, Arbeitnehmer besteht auf einer Lohnerhöhung, er bekommt sie und ein halbes Jahr später, äh, ist er arbeitslos, weil der Arbeitgeber sich das nicht leisten kann und Insolvenz dann meldet oder den Laden dicht macht. Ähm, umgekehrt könnte man sich jetzt auch, könnte man jetzt auch die, das Szenario aufziehen, naja, der Arbeitgeber, äh, verzichtet auf mehr Lohn, ähm, das Unternehmen bleibt am Markt, ähm, der bekommt dann das Jahr drauf eine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns alle einig sind, dass das so nicht laufen wird. Äh, es ist halt immer ein Geben und ein Nehmen. Also, ich kam mich an die, äh, Wirtschaftskrise war 2007, 2008, ne? Du fragst gerade. Ähm, bin der Meinung, die war 2007, 2008. Und ich hab, damals hatte ich ein, ähm, sag schon, hatte ich ein Bericht. Ja, seit 2008. Ach, ich bin gut. Äh, damals hatte ich ein, hatte ich ein, ähm, Bericht gesehen, wo ein Unternehmer, ich weiß leider gar nicht mehr, was das, was, also in welcher Branche, der war. Das war aber nicht Sicherheitsbranche. Der hatte, ähm, vorher schon, weil er irgendwie aus, aus irgendwelchen anderen Gründen schon mal ein, ähm, ein, ähm, ganz, äh, Defizit hatte, hat er sich überlegt, wie er sein Unternehmen, äh, unabhängig von, von wirtschaftlicher Lage nach Möglichkeit halten kann, ohne, weiß ich nicht, Kurzarbeit anzumelden, was auch immer. Und ist auf die Idee gekommen, seine Mitarbeiter direkt an der Firma zu beteiligen. Ähm, wie genau er das gemacht hat, kriege ich heute nicht mehr zusammen. Ähm, aber jeder Mitarbeiter hatte irgendwie die Möglichkeit, an, also irgendwie Anteile quasi an der Firma zu kaufen. Bin mir nicht mehr sicher, ob sie es mussten. Ich glaube, das war, das war denen freigestellt. Ähm, und durch dieses Geld, das die Mitarbeiter quasi eingebracht haben, hat er sich einen Puffer aufgebaut, über, durch den er schwierige Zeiten überstehen kann. Und hat dementsprechend dann, glaube ich, aber auch quasi Dividenden ausgezahlt, so als Bonus, ähm, wo irgendwie alle von profitiert haben. Also, die Mitarbeiter haben sich halt auch interviewt und die sagten, naja, ganz ehrlich, also, warum soll ich in Aktien investieren? So behalte ich meinen Job und kann sicherstellen, dass der Job auch erhalten bleibt. Das fand ich von der Idee her ganz gut. Was halt auch wieder so ein klares Beispiel ist für Geben und Nehmen. Ähm, ich denke, auf der einen Seite, es funktioniert nicht einfach mit, dass ein Arbeitnehmer sich hinstellt, sagt, ja, aber, aber hier meine Gewerkschaft, die hat gesagt, ich, äh, kriege jetzt fünf Euro mehr die Stunde, äh, ohne irgendwie dem, dem Unternehmen entgegenzukommen, weil die Pandemie ist in meinen Augen kein wirtschaftliche, also, kein, kein wirtschaftlicher, äh, kein wirtschaftliches Risiko. So, die Unternehmen haben sich das nicht ausgedacht. Also, mein Sicherheitswirtschaft ist jetzt nicht ganz so stark betroffen, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel Dienstleistungsgewerbe, äh, Friseure, die haben sich nicht ausgesucht, so zu machen, ähm, haben aber genau dieses Problem. Sie haben, generieren keine Einnahmen, haben aber weiterhin ihre fixen Ausgaben. Äh, und da, äh, wie gesagt, muss ein Geben und ein Nehmen sein. Ähm, ist halt, ist halt schwer, aber sich auch auf deiner Seite hinzustellen und sagen, okay, ihr kriegt jetzt keine Lohnerhöhung und, naja, wenn wir jetzt dieses Jahr mit keiner Lohnerhöhung angefangen haben, kriegt ihr das nächste Jahr auch keine Lohnerhöhung, weil, hat ja trotzdem funktioniert das letzte Jahr. Das ist halt so die Gefahr, auf die du dann hinausläufst. Ja, warum sollen wir deinen Lohn erhöhen? Hat doch sowieso funktioniert. Insofern, was wir in diesem, was wir in dieser Gesellschaft aktuell und auch im letzten Jahr relativ wenig hatten, man sollte vielleicht mal miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Ich finde gerade, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, die ich total spannend finde, weil letztendlich das passiert ja eigentlich. Also, das ist ja wieder ein standardisierter Marktmechanismus, Arbeitnehmerbeteiligung. Also, ähm, ich denke mal, da verraten wir auch gar kein Geheimnis. Also, meine Arbeitnehmerbeteiligung von Zalando habe ich immer noch und die entwickelt sich ausgezeichnet, muss ich ja ehrlich sagen. Ich habe meine tatsächlich damals verkauft. Also, die ist ausgezeichnet. Ich muss nur den Punkt finden, dass ich sie vernünftig verkaufen kann. Ähm, aber diese, diese Mechanismen gibt es ja, gibt es ja heute schon überall. Und ich finde das total spannend, auch mal zu überlegen, zu sagen, okay, warum nicht, ähm, vor allem bei, bei größeren Unternehmen und seien wir mal ehrlich, Secretas ist ja auch eine Aktiengesellschaft im Kern. Zwar aufgesplittet auf die einzelnen Gesellschaften, aber im Kern ist es ja auch eine A, B sogar, weil sie im schwedischen Finanzmarkt gelistet ist, aber das Pendant zur AG in Deutschland, so wie wir es kennen. Übrigens, auch da halte ich Anteile und die zahlen immer schön fleißig Dividende. Also, sollte ich in Zukunft vielleicht auch aufpassen, was ich über Secretas sage? Nein. Also, unabhängig davon, ähm, ich finde diese Arbeitnehmerbeteiligung, vielleicht ist das auch so ein Konstrukt, wo wir einfach so klassische Marktmechanismen einfach viel stärker auch in der Sicherheitsbranche etablieren müssen, weil, wenn ich jetzt auch mal so ein bisschen zurückdenke oder bei mir jetzt momentan sehe, ähm, meiner Firma, ähm, dass es, wie sehr sich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Arbeitgeber und Betriebsrat auch bekämpfen und wenn da noch eine Gewerkschaft dazu kommt, wo wir ja bei der Bahn noch eine sehr, sehr deutlich stärkere Gewerkschaft haben mit der EVG und mit der GDL, ähm, dann ist das so eine schwierige Situation und da ist es auch vielleicht für den einen oder anderen einfacher, mehr zu meckern als zu machen, ähm, aber wenn ich dann natürlich am Unternehmen beteiligt bin und zwar dadurch, dass ich erst arbeiten muss und dann durch vielleicht eine Ausschüttung oder ähnliches dann, ähm, meine, meine Prämie bekomme und die Ausschüttung natürlich irgendwo auch abhängig ist von der Leistung, die ich als Mitarbeiter gebracht habe oder die wir als Kollektiv der Mitarbeiter gebracht haben. Ich finde, das ist ein total interessantes Konstrukt, was wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch stärker in der Sicherheitsbranche finden müssten und vielleicht bringt uns das voran, vielleicht fördert das auch stärker Qualifikation und Ausbildung, weil da jeder einfach nicht nur meckern muss und meckert als Präsensform, sondern einfach dann auch produktiv an der Veränderung teilnimmt. Finde ich eine spannende Sache. Das auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, ähm, man hört das eigentlich sehr häufig. Ich glaube nicht, dass wir, ähm, rein wirtschaftlich gesehen durch dieses ganze Ding durchkommen, wenn jeder sagt, ja, aber ich und mein Geld und das muss ich machen und wie auch immer. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also wir hören es ja immer wieder, ja, und äh, sozial sein und blubb. Ähm, das richtet sich in der Regel ja immer auf, ähm, darauf aus, von wegen Maske tragen, ne, sozial sein hast du nicht gesehen. Ja, wie gesagt, also ich bin der Meinung, das wird in wirtschaftlicher Hinsicht genau das Gleiche sein. Also, ein so ein bestes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel, dass wir, ähm, ich mache das zum Beispiel auch. Ich bin ja angemeldet in einem Fitnessstudio, was ich auch, äh, regelmäßig genutzt habe. Aktuell sind alle Fitnessstudios geschlossen, ähm, und schon im ersten Lockdown hatte man, äh, hatte man schon gesagt, ähm, du erbringst ja deinen Teil der vertraglichen Leistung, indem du, äh, weiter Geld zahlst. Ja. Das Fitnessstudio kann aktuell aber seine, sein Teil der, der Vertragsleistung nicht erbringen, was aber nicht darin begründet liegt, dass sie, äh, äh, letztes Mal war es so begründet, dass sie, äh, dass sie dir nicht mal was dafür anbieten können und dass du somit vom Vertrag zurücktreten kannst. Ähm, klar kann man machen. Die Frage, die sich stellt ist, wenn du halt irgendwann wieder trainieren willst, weil du zu Hause selbst nicht trainieren kannst, weil du nicht den Platz hast oder was auch immer, was ist denn dann der, äh, was ist denn dann, äh, das Feedback, beziehungsweise, was ist denn die Konsequenz daraus? Ja. Die Konsequenz wird sein, dass das Fitnessstudio dann wahrscheinlich zumachen muss, weil jetzt seine Kosten irgendwann nicht mehr decken kann, wenn alle das machen, ähm, das Ding macht zu, macht mit Sicherheit Neues auf. Jetzt ist die Frage, wird das genauso günstig sein und genauso gut sein, wie das, was du jetzt hattest? Oder sagst du einfach, okay, komm, das ist ein kleines, ist quasi ein kleines Geld. Muss ich darauf verzichten? Bei einigen, einige müssen darauf verzichten. Die kriegen, weiß ich nicht, äh, Kurzarbeitergeld oder denen geht's noch beschissenerweise gekündigt worden oder so. Keine Frage, um die Leute geht's nicht. Ähm, aber wer sagt so, ja, okay, gut, ob ich's jetzt bezahle oder nicht, tut mir im Endeffekt nicht weh, ja, dann bezahlt's doch weiter und es erhält euer Fitnessstudio, so. Vor allem, wie viele würden denn weiter bezahlen und nicht hingehen, weil sie das mal als Vorsatz für 2021 oder 2020 vielleicht damals abgeschlossen haben und sowieso seit Monaten nicht mehr hingegangen sind, ne? Das ist halt wieder die nächste Sache, dass es halt ganz viele gibt, die sich ja eintragen und dann Karteileichen sind. Ähm, witzig finde ich dann halt die Leute, die seit Jahren Karteileichen sind, die sich jetzt sagen, ja, aber ist ja Pandemie, also dann muss ich jetzt auch kündigen, also warum sollte ich dafür Geld ausgeben? Naja, weil du's halt seit Jahren machst. Wobei ich da gerade mir an die eigene Nase fassen muss, nicht mit Fitnessstudio, da bin ich so weit entfernt wie der Mond von der Erde, aber ähm, ich hab tatsächlich auch das neue Preismodell von Sky letztes Jahr genutzt, um mein Sonderkündigungsrecht in Anspruch zu nehmen, weil ich das damals falsch, beziehungsweise in einem unüberlebten Moment abgeschlossen habe. Ähm, ja, also ich verstehe, was du sagst, also wenn ich sowieso daran hänge, dann werde ich ja auch in Zukunft wollen, dass ich dann irgendwann nach der Pandemie wieder ins Fitnessstudio gehe, dass dann die Geräte vorhanden sind, dass es in meiner Nähe ist, dass das vielleicht mit den gleichen Trainern unterwegs ist, etc. Da sollte ich und kann ich dann auch schon einen Beitrag für leisten, da bin ich voll bei dir. Ja, und ich denke, also auch wirtschaftlich, äh, auch bei Mitarbeitern, jetzt ist klar, Sicherheitsbereich ist nicht unbedingt der, der höchstbezahlteste ähm, Bereich, aber ich glaube, das wird wirtschaftlich gesehen in jeder, in jedem Bereich irgendwie müssen wir da diesen, ähm, äh, dieses Zugeständnis oder diese Zusammenarbeit machen, weil sonst kann es nicht funktionieren, in meiner Augen. Sehr schön, was hast du denn uns als zweites Thema mitgebracht? Als zweites Thema, genau, ähm, das Jahr 2020 war ja, ich denke mal, da werden viele zustimmen, jetzt nicht unbedingt das, das, äh, Highlight-Jahr schlechthin. Ähm, und ich habe es tatsächlich, äh, geschafft, ein Video zu finden, und zwar, ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt, auf YouTube gibt es einen Kanal, der heißt Simplicissimus. Simplicissimus ist ein deutschsprachiger Kanal, wird, ähm, von, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, von zwei deutschen Betrieben, die tatsächlich aber in den Niederlanden leben, ähm, die sind Mitglied in dem Funk, äh, Funknetzwerk, da gehören noch ein paar andere YouTube-Kanäle dazu, die unter anderem sehr stark darauf bedacht sind, ähm, Quellen immer anzugeben, also auch wirklich nachweisbar Sachen zu machen. Äh, Simplicissimus ist dafür bekannt, wenn sie über ein Thema berichten, dann, ähm, geben sie unten im Bild auch immer die Quelle, also die, die notwendige Quellen-Nummer an, wo man nachlesen kann, wo sie diese Informationen her haben. So ein bisschen Rezo-Spellen. Ähm, ja, ich bin der Meinung, sie haben's, sie machen es auch erst seit Rezo, vorher haben sie einfach nur die Quellen drunter gepostet und jetzt seit Rezo machen sie das, glaube ich, so, dass sie die Quellen immer quasi im Video mit verlinken, dass du quasi immer sagen kannst, okay, zu dem hätte ich jetzt gern die Quelle, okay, ist Quelle 5, kann ich nachgucken. Okay, unsere Leute, unsere Zuhörer und Zuschauer müssen leider immer noch in die Video- oder Podcast-Beschreibung gucken. Den Fall mache ich nicht. Ich glaube, du kannst es nicht anklicken, aber du siehst zumindest, nach welcher Quelle du suchen musst. Ähm, und Simplicissimus hat sich, ähm, ja, das Jahr 2020 als Anlass genommen zu sagen, okay, 2020, da war nicht alles scheiße. Also, es gab auch tatsächlich gute Dinge, ähm, und es gab tatsächlich Dinge, die vielleicht auch einfach so ein bisschen an uns vorbeigegangen sind. Und, ähm, dazu haben sie halt dieses, dieses Rückblick-2020-Video gemacht, das ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nur jedem ans Herz legen kann. Denn jeder, der sich sagt, oh, 2020, so ein beschissenes Jahr, ähm, guckt euch mal das Video an, da war, per se nicht alles beschissen. Also, da, wie gesagt, da waren ein paar Sachen bei, die ich auch überhaupt nicht mitgeschnitten habe. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, schaut es euch an, ähm, kann quasi, äh, ja, quasi nur gut für euch ausgehen. Ich muss ja persönlich auch an dieser Stelle sagen, ähm, ich weiß es nicht, glaube ich nicht, dass ich das im Jahresrückblick erwähnt habe. Nee, ich habe danach meine Weihnachts-Mail jetzt erst geschickt. Ähm, ich habe da auch mal so für mich zurückgeguckt in 2021, äh, in 2020, Entschuldigung. Ähm. Warte nur. Ja, in 2020, Jahresrückblick 2020, für mich persönlich gemacht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das war, 2020 war eins meiner erfolgreichsten Jahre, privat sowie auch beruflich. Nicht an allen Stellen zu 100%, aber, ähm, beruflich privat, also privates berufliches, auf alle Fälle privat auch, ähm, nicht nur die Thematik neue Themenfelder, neue Geschäftsbereiche etc., Ausbau, Podcast oder sowas. Nee, das war einfach, ähm, auch, auch so, ich fand, du konntest an der einen oder anderen Stelle, weil du eben nicht, ich glaube, wir entlassen den Arbeitstitel, du warst, wurdest halt an der einen, du wurdest halt vom Konsum nicht abgelenkt, ähm, in der Art und Weise, dass du wirklich viel unterwegs warst. Ich habe für mich gelernt, dass, dass, äh, auch eben dadurch, dass du gezwungen warst, zu Hause zu sein und du nicht den ganzen Tag, äh, auf der Couch verfetten konntest, ich zumindestens auch zielstrebiger an der einen oder anderen Stelle gearbeitet habe und konsequenter gearbeitet habe. Sicherlich nicht immer motivierter, aber, ähm, Corona hat mich eben auch zu einer gewissen Disziplin gefordert, weil sonst wäre wahrscheinlich überhaupt nichts mehr rausgeworden, wenn du aus dem Bett an den Schreibtisch fällst, vom Schreibtisch auf die Couch, von der Couch ins Bett und, äh, dazwischen nicht sonderlich viel passiert wäre. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn mir wirklich inzwischen der Erholungsurlaub in der klassischen Variante echt fehlt, ähm, bin ich, ja, also ich bin nicht enttäuscht. Ich finde 2020 jetzt nicht scheiße. Nö. Weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber... Ja gut, also es gab so ein paar Sachen, wo ich sage, hm. Ja, gut, okay. Ne, die gibt's immer, ähm... Ich wär im Sommer in Florida an den Strand gelegen. Ich, ähm, ich denke, dass das 2020 halt besonders dadurch geprägt ist einfach, dass, ähm, äh, dass halt Corona so, so über allem schwebte. Ähm, wenn ich aber drüber nachdenke, dass ich zum Herrentag 2020 bei saugeilem Wetter mit Freunden eine Grillparty gemacht habe, ähm, und das war letztes Jahr, dann kann das gar nicht so beschissen gewesen sein. Also es gab halt einen beschissenen oder halbwegs beschissenen Anfang, es gab ein ziemlich beschissenes Ende, äh, dazwischen war es aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, kann man sich halt, wie gesagt, drüber streiten, ähm, aber ich würde dir durchaus zustimmen, es war nicht alles beschissen. Problematik daran ist, glaube ich, dass der Mensch einfach sehr negativ eingestellt ist. Also der Mensch sieht lieber das Negative anstatt dem Positiven. Das ist einfach, ja, weiß nicht, ob wir so erzogen werden, ob es doch stärker hin. Genau, genau, äh, ob das, ähm, ob das einfach so bei uns, also ob wir so erzogen werden, ob das geochemisch bei uns so eingestellt ist, keine Ahnung, ähm, aber der Mensch, äh, erinnert sich eher an das Negative und weiß das immer sofort zu benennen, das Positive aber nicht. Ähm, das ist ein Phänomen von mir aus, das kann man in vielerlei Hinsicht beobachten. Ich hatte das mit einem Freund, ähm, der hat sich überlegt, ein neues Motorrad zu kaufen, hat lange überlegt und schreibt mich irgendwann an mit, ja, ich hab jetzt mal in den Foren nach meiner Maschine, nach der Maschine, die ich haben will, geguckt. Naja, also die hat schon ziemlich viele Probleme, ne? Ich so, ja, okay, was meinst du jetzt genau? Naja, die berichten da über sehr, sehr viele Probleme mit der Maschine. Und da hab ich dann auch gesagt, ja, also Problem 1, ähm, würdest du dich echt in ein Forum setzen und einfach in dem Forum schreiben, hey, die Maschine supergeil, es läuft alles, so Bestes, was ich eh gekauft hab, so, kauft euch die auch? Ne, würdest du nicht machen. Wenn du in ein Forum gehst, suchst du ja eigentlich immer nach Hilfe bei Problemen, die auftauchen. Jetzt ist die Frage, wie repräsentativ ist so ein Forum? So, und alle Leute haben das ja unterschiedlich. Also wenn du, weiß ich nicht, beschissenen Tag hattest, willst aus dem Motorrad steigen, losfahren, bam, weiß ich nicht, Kette springt ab oder Motor startet nicht mehr, dann kotzt dich das ja viel mehr an, als wenn du, weiß ich nicht, Maschine warten willst, Maschine springt nicht an, denkst du, hm, komisch springt nicht an, ja, okay, muss ich mich drum kümmern. Also das, da spielen viele Sachen mit rein und der Mensch ist halt, wie gesagt, drauf getrimmt, das Negative immer zu berichten, ähm, weswegen da die Meinung einfach hart verfälscht wird. Und das ist halt, ja, ich glaube, so ein Grundproblem 2020 schlägt da, glaube ich, extrem hart in der Kerbe rein. Ähm, eher definitiv. Definitiv. Also das, das kannst du auch nicht, äh, das kannst du auch nicht anders sagen an dieser Stelle. Ähm, joa, joa. So, jetzt bin ich irgendwie gerade raus. Ähm. Das ist schlecht. Ey, doch, doch, natürlich. Ich wollte gerade noch ein persönliches Beispiel dazu sagen zu deinem Kumpel. Ich hatte, ja, unabhängig davon, einfach, einfach mal hingenommen. Ich hatte auf Amazon zu Vorsilvestern Kerzen-Zieh-Set, so ein ganz großes, auch relativ teuer, bestellt gehabt. Und ja, ich kann dir einfach nur recht geben. Dieses Ding war einfach nur Scheiße. Das ist gelaufen. Der ganze Tisch war mistig. Ähm, die Formen haben nicht gepasst. Das Wachs hat gestunken. Ich war in dem Moment, ich war so stinkesauer. Ich schwöre dir, noch mit den fettigen Wachshänden habe ich mein Handy geöffnet, Fotos gemacht von der Sauerei und sofort eine Amazon-Rezension geschrieben. Ähm, das, 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 das bestätigt ja nur letztendlich das. Andere Versuche, also ich bin, ich bin tatsächlich sehr überrascht. Ähm, ich war in den letzten Monaten doch öfters auf Amazon, deshalb passt so Konsumkritik nicht ganz. Ähm, dass es da wirklich sehr viele gibt, die sich wirklich sehr, sehr viel Mühe geben und die, die lese ich mir dann auch durch und die bewerte ich dann tatsächlich an der einen oder anderen Stelle noch etwas höher, ähm, als, als tatsächlich, ähm, andere Bereiche. Aber vom Kern her, ähm, muss ich tatsächlich sagen, ähm, ja, es ist halt schneller gemacht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel hundert Produkte bei Amazon ich letztes Jahr bestellt habe. Zu denen, die mir gefallen, habe ich keine positive Rezension geschrieben. So, sondern nur dann, wenn ich es wirklich gedacht habe, okay, dieses Produkt ist echt mega scheiße oder es hat mich gerade so verärgert. Ähm, vielleicht, weil ich auch meine eigene Dummheit gescheitert bin. Ich, ähm, schreibe mal hier eine negative Bewertung. Das einfach nur nochmal dazu. Tatsächlich, ähm, ich mache es nicht regelmäßig, aber hin und wieder setze ich mich hin und, äh, schreibe auch positive oder, ähm, auch Benefekte Rezensionen zu Produkten. Mit dem Hintergrund, macht keinen Sinn, ein Produkt zu kaufen, sich dreimal anzugucken, einmal zu benutzen und eine Rezension zu schreiben. Weil du einfach, da hast du halt immer diese Rezension mit, ja, ich schreibe in drei Monaten zu einer Langzeiterfahrung nochmal. Und um das zu umgehen und nur einmal Arbeit zu haben, ähm, gehe ich manchmal dahin, gucke in meine Bestellung von Amazon. Wie gesagt, ich mache das nicht sehr regelmäßig, aber hin und wieder mache ich das. Und schreibe dann eine Bewertung zu einem Artikel, den ich vor einiger Zeit gekauft habe. Einfach, um sagen zu können, okay, ich habe den jetzt eine ganze Weile benutzt und ich habe jetzt einen deutlich besseren Überblick über das ganze Produkt. Ja. So mache ich das tatsächlich. Aber das ist ja auch jeder, wie er Bock hat. Genau. Und manche schreiben das, um jemand anders zu ärgern. Aber das ist ein anderes Thema. So. Kurz, ich kann meine zwei Quickies eigentlich relativ noch, die übrig gebliebenen zwei Quickies, den einschmeiße ich jetzt mal raus, ähm, ganz kurz zusammenfassen, ähm, in der Kürze der Würze. Ganz spannende Meldung von gestern Abend, also gestern Abend heißt dann Dienstag, 12. Januar, ähm, die Schweizer Bundesbahn hat sich entschieden, also, oder man hat das dazu gemacht, wer sich mit dem Schweizer Bewachungsrecht oder Eisenbahnrecht, ähm, schon mal beschäftigt hat, der wird feststellen, dass es, äh, in der Schweiz tatsächlich, ähm, zwei Formen der Bahnsicherheit gibt an dieser Stelle. Gibt einmal die klassische private Sicherheit und es gibt praktisch die sogenannte Bahnpolizei, die in Teilen so ein bisschen privatisiert ist, was wir in die Richtung von Sicherheitsdienstleistungsgesetz vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch versuchen und was wir, glaube ich, auch schon mal andiskutiert haben, ähm, die Thematik, äh, Polizei leid zu sein, wobei ich glaube, bei den Schweizern kann man da nicht von Polizei leid sprechen. Jedenfalls hat die SBB, also die Schweizer Bundesbahn, zusammen mit der Securitas, die Securitrans, ähm, gegründet, was letztendlich eine, ähm, Aktiengesellschaft ist, wo die Schweizer Bundesbahn als Staatsunternehmen 51% der Aktien trägt, Securitas 49% der, der Aktien und zusammen erbringt praktisch Securitrans mehr als 80% ihrer Leistung für die SBB. Jetzt hat sich die SBB entschieden, dass sie tatsächlich den Aktienanteil, ähm, ähm, von Securitas übernimmt, also es wird dann praktisch ein, in Anführungsstrichen, Staats, ähm, Unternehmen, praktisch die Mitarbeiter, beziehungsweise die Systeme, Personale, Administrative, etc., wird mit in die SBB übernommen, also eine Integration hinein, was ich total spannend finde, ähm, einfach in diesem Kontext, was wir immer wieder, glaube ich, an dieser Stelle erleben, nämlich diese, diese Wellenbewegung, die wir da irgendwie haben, also, dass das auch bei den Schweizern passiert, in Deutschland kennen wir diese Situation ja schon auch etwas länger, nämlich diese Wellenbewegung von, okay, weg vom Dienstleister hin zu Inhouse-Lösungen, wir machen das selber, ähm, und dann wieder festzustellen, ah, der Aufwand ist relativ hoch und vor allem die Kosten sind langfristig relativ hoch, ähm, wir gehen wieder von der Inhouse-Lösung zurück zum Outsourcen, beziehungsweise zu offensichtlich solchen Joint Ventures oder Aktiengesellschaften oder ähnliches. Hier finde ich total spannend, dass offensichtlich, und das diskutieren wir an der einen oder anderen Stelle ja in Deutschland auch, diese Thematik Subunternehmerleistung, ähm, Outsourcen in, jetzt offensichtlich auch bei den Staatsbahnen nicht mehr eine Rolle spielen soll, sondern dass das aus Inhouse-Leistung erbracht wird. Vielleicht, das sagt leider der Artikel nicht, wird an der einen oder anderen Stelle bessere und höhere Qualität erwartet. Ähm, vor allem sollen aber Synergien in der Ausbildung geschaffen werden und die Abläufe in die, in, in die SBB halt integratiert werden. Der administrative Aufwand soll gesetzt werden und wir reden da insgesamt über 860 Mitarbeitende von Secretrans mit den gleichen bestehenden Anstellungsbedingungen weiter beschäftigt werden. Ich finde das eine total spannende Geschichte, ähm, weil es einfach auch zeigt, dass sich da offensichtlich auch ein Staatsunternehmen, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob die, doch die SBB sollte ein Staatsunternehmen sein, ähm, dass die sich auch tatsächlich Gedanken gemacht haben, ähm, dass sie dort wieder praktisch Sicherheit in den Fokus nehmen und dass sie das aus, als eigene Leistung, ähm, erbringen wollen. Finde ich spannend, fand ich eine ganz interessante Nachricht, der gestern Abend kam, ähm, mal gucken, ob es da in irgendeiner Art und Weise in Deutschland auch eine Reaktion möglicherweise darauf gibt oder diesen Trend weiter vorgesetzt, fortgesetzt wird. Okay. Okay. Hm. Dann mein letzter News-Quickie an dieser Stelle, ähm, ganz kurz, vielleicht mal zurück nochmal ins Jahr 2020 geblickt, ähm, eher sogar eigentlich beginnt in 2019, da hatte ja Kötter angegeben, den Flughafen Düsseldorf, die Dienstleistung zu kündigen. Mhm, da gab's ja mehrere, heute würde man sagen Skandale, weil heutzutage alles Skandal ist, aber, sag mal, mehrere Ungereimtheiten. Ja, man hat, ja genau und man hat nachher begründet, dass man das, ähm, nicht mit der, ähm, mit den Preisen erbringen kann, was ich ja auch immer grundsätzlich sehr witzig finde, an der einen oder anderen Stelle, dass ich sage, ähm, okay, ich habe mich mal auf einen Preis beworben und auf eine Dienstleistung beworben und nachher, ähm... Das ist plötzlich nicht mehr wirtschaftlich. Das ist plötzlich nicht mehr wirtschaftlich und ich kündige einfach den Vertrag. Genau, genau, den, 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 ich habe das tatsächlich bisher auch ein einziges Mal gehabt, bin bis heute der Meinung, dass der Vertrag nicht gekündigt wurde, also, meine, mein Eindruck ist eher, der Vertrag wurde gekündigt, wenn man mit den, ähm, äh, wie soll ich sagen, mit den Modalitäten oder den Ausführungsmodalitäten einfach nicht zusammengepasst hat, also, man hat einfach was angeboten und der, also, in meinen Augen, Qualität war einfach unter aller Sau, ähm, ist natürlich scheiße, wenn es jemanden gibt, der da mitreden kann und der einem Paroli bietet und nicht immer sagt, ja, danke, Armin, tschüss, ähm, aber sie selber haben auch angegeben als, ja, das ist unter diesen Umständen einfach nicht mehr wirtschaftlich, wo ich mir dann sage, ja, gut, fragt sich, worauf hast du angeboten, aber weiter im Text. Ja, ähm, das war ja dann, dann ging's, gab's ja eine, eine Schnellausschreibung, ähm, die ja auch für die ein oder andere Nachfrage gesorgt hat und dort hat sich ja eine Piepenbrock-Tochter darauf, ähm, beworben, beworben, die DSG und wollte ja alles anders machen, also wollte mehr Qualität hinbringen, hat versucht, die Personale zu übernehmen, ähm, man hat den, ähm, ersten, man hat den Sicherheitschef oder den, den, den Geschäftsführer der Luftsicherheit von Kötter, ähm, eingestellt, also das wollte man alles machen, ähm, alles natürlich auch mit der Fragestellung, du kannst halt am Flughafen echt kaum, kaum bis wenig Geld verdienen, letztendlich der Auftraggeber ist eine Behörde, nämlich die Bundespolizei, ähm, die, die gucken halt auch aufs Geld, wobei es da natürlich auch immer die Frage gibt, ist, ist, ist der billigste Preis, der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit im Vergaberecht, ähm, sei mal dort hingestellt an dieser Stelle und dann fingen ja eigentlich die Probleme an, das fand ich ja total, ähm, spannend, also man war ja wirklich angetreten, um wirklich alles, 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 alles besser zu machen und dann kam bereits im September die ersten Vorwürfe, nämlich auch seitens wieder der Gewerkschaft Verdi, ähm, die vorwarfen, dass man, äh, dass die DSW staatliche Leistungen, ähm, missbraucht hat, nämlich, ähm, es wurden aus den Lohnabrechnungen, die in Teilen auch durchs Kurzarbeitergeld, ähm, finanziert wurden, klar, kann man irgendwo verstehen, auch die Flüge, Flughäfen, etc. wurden ja reduziert, ähm, hatte man die Krankentage rausgestrichen, was eigentlich nicht darf, weil Krankentage müssen auch im Rahmen des Kurzarbeitergeldes, ähm, tatsächlich auch vom Unternehmen weiter bezahlt werden, ähm, Arbeitsrechtsexperten sprachen da tatsächlich aufgrund der strukturellen Nichtzahlung, ähm, tatsächlich vom vorsätzlichen Handeln. Für mich war an dieser Stelle wirklich interessant gewesen, dass man eben angetreten war, man macht das alles besser, relativ schnell den Zuschlag bekommen hat, man kann natürlich nur mutmaßen, dass das über einen Preis geht, ähm, über einen Kampfpreis, aber sobald es auch hier die ersten Schwierigkeiten gaben, gegeben hat, wurden die vertraglichen Konstrukte, ähm, ja, also auch wieder löchrig und beziehungsweise brüchig. Und noch interessanter war jetzt die Meldung, die wir diese Woche gehabt haben, nämlich, dass, ähm, die DSW, ähm, 40 Mitarbeiter krankheitsbedingt entlassen hat, auf einen Schlag, nämlich kurz vor Weihnachten, und das soll nicht nur, also das hat nicht nur an der einen oder anderen Stelle ein Geschmäckle, sondern, ähm, es ist auch deshalb arbeitsrechtlich sehr problematisch, weil bei Entlassungen von mehr als 30 Mitarbeitern in 30 Tagen muss auch die Gewerkschaft informiert werden, ähm, nee, die Agentur für Arbeit, Entschuldigung, die Agentur für Arbeit, da geht die Gewerkschaft derzeit davon aus, dass dies nicht erfolgte, der Betriebsrat sei nicht nach den festgelegten Vorgaben informiert worden und man gehe derzeit ganz stark davon aus, dass das eher eine Sparmaßnahme war, weil 40 Mitarbeiter, die, ähm, mindestens sechs Wochen pro Jahr krank gewesen sein sollen, ähm, auf einen Schlag zu finden, beziehungsweise, ähm, tatsächlich auch zu haben, die man dann rauswirft, ähm, ist zumindestens fraglich und, ähm, man geht deshalb davon aus, dass das erst recht ein Geschmäckle bekommt, ähm, vor dem Hintergrund, dass natürlich auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der DSW am Flughafen Düsseldorf, ähm, schwierig ist, gleichzeitig man aber keine Mitarbeiter kündigen darf, weil es eine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit gibt, die bis März 2021 betriebsbedingte Kündigungen ausschließt und, ähm, dass man sich dieses Mittel dann genutzt hat, um eben seine Personal- und Lohnkosten zu reduzieren. Ich finde das echt spannend, vor allem, wenn man dann ein bisschen diesen Kontext betrachtet, ähm, und diesen Kontext, den wieder immer wieder herzustellen in der Sicherheitsbranche, finde ich, ist ungemein schwer und, ähm, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, was so ein Unternehmen vielleicht auch in den vergangenen Wochen oder Monaten dazu getan hat, dann, ähm, ist das jetzt okay, jetzt ist es einmalig, aber im Kontextgesetz, finde ich, ist das, ist das immer eine Story, die da miterzählt wird. Es ist auch interessant, dass man seine Mitarbeiter entlässt, um am Ende quasi seinen Verlust zu schmälern. Ja, also, kann man mal machen. Kann man, kann man machen, ähm, ist ja, also, weißt du, da sind wir ja wieder bei der Streik-Diskussion. Auf der einen Seite finde ich das, ähm, finde ich das, ähm, ja, schwierig, natürlich. Also, Unternehmen müssen irgendwo wirtschaftlich unterwegs sein und Unternehmen müssen auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle wirtschaftlich handeln und sind auch gezwungen, sind eben kein, kein, kein Samariter, sondern sind eben gewinnorientierte Unternehmen. Aber ich finde, wenn ich mir dann so Tricks aneigne, also sei es jetzt möglicherweise Sozialhilfebetrug, ähm, im Rahmen von Kurzarbeitergeld, äh, wo dann wieder alle beschissen werden, nämlich vor allem der Steuerzahler und dann gleichzeitig so eine Thematik rumkommt, dass dann Mitarbeiter gekündigt werden, weil man gerade mal eine Begründung gefunden hat und betriebsbedingte Kündigungen nicht möglich sind bis März 2021. Ähm, ja, das hat halt wirklich so ein Geschmäckle von, ich spare mal jetzt eben ganz schnell eine ganze Menge Geld. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, wirkt auf jeden Fall komisch. Wir hatten ja, ich meine, im ersten Lockdown hatte ich in einem Podcast darüber berichtet, dass, ähm, einige ja, das waren, ich glaube, drei Unternehmen oder so, alleine hier in Berlin, die ja, ähm, Betrug hier wegen der Corona-Hilfe begangen haben. Ja, ja. So, im Endeffekt, ja, wo soll das alles nur enden? Am Ende werden wir alle beschissen und ich glaube, die Botschaft sollte an dieser Stelle wirklich sein, ähm, dass wir uns auch als Bürger ein bisschen mehr dafür vielleicht interessieren, wo unsere, unsere Gelder einfach hingehen. Ja, auf jeden Fall. Also, wäre schön, wenn sich die Menschen dafür interessieren würden, aber das ist ja, wie soll ich sagen, leider so oft so, dass, ähm, ich würde nicht sagen, man sich gar nicht für interessiert, aber das einfach so aus dem, dem Blick fällt, einfach, weil es für einen selber halt nicht so eine große Bedeutung hat. Ja. So, und deswegen verliert man das einfach aus den Augen. Ich glaube, das ist häufig ein Problem. Aber gut. Ist halt so, ne? Ja. Machst du nichts. Machst du nichts. Ähm. Wie es mal so schön heißt. Wollen wir ganz kurz, in der Kürze liegt die Würze, noch über, über die Ereignisse im Kapitol sprechen, die diese Woche stattgefunden haben? Ja, ich hab, äh, ich hab lustigerweise mehrere, ähm, ironische oder sarkastische Nachrichten dazu gelesen und tatsächlich mehrfach überlegt, ob ich dir die irgendwie schicke. Eins davon, bei dem Betrag bin ich nicht ganz sicher, äh, aber eins davon war, wie kann ein Land, das 400 Milliarden für die Verteidigung ausgibt, äh, es zulassen, dass das Kapitol gestürmt wird, äh, oder von, von einem, weiß ich nicht, von einem, von einem, von einem Bärenkostümträger das Kapitol gestürmt wird, fand ich, äh, irgendwie sehr witzig und, naja, auch so ein bisschen passend. Äh, und ein anderes, was ich noch gelesen hatte, war, ähm, Deutschland schickt drei Polizisten nach, äh, in die USA, um den Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten. Das fand ich auch sehr witzig. Ähm. Was ich wiederum sehr interessant finde, ist, dass viele jetzt sagen so, ja, und wie kann es nur passiert sein, Untergang der Demokratie, ähm, Leute, erinnert euch mal bitte knapp ein halbes Jahr zurück, da hatten wir fast die gleiche Situation, nur dass die bei uns offensichtlich nicht den Arsch in der Hose hatten, äh, sich von drei Polizisten verprügeln zu lassen, oder nicht drei Leute vorgeschickt haben, die sich haben von den Polizisten verprügeln lassen, ähm, was der einzige Grund dafür ist, dass, äh, das bei uns nicht genauso geendet ist, wie da im Kapitol, also, ja, so weit waren wir davon nicht weg, aber. Und du sprichst mir komplett aus dem Herzen, das muss ich ja an dieser Stelle ja wirklich auch, auch sagen, weil das war so dieses Erste, was mir aufgefallen ist, also, wollen wir vielleicht mal ganz kurz die Leute abholen. Also, wir haben den 6. Januar, den wir schreiben, deshalb habe ich ja gerade falsch gesagt, nicht diese Woche, sondern vergangene Woche war das ja gewesen, groß angekündigte Demonstration in Washington von Trump-Anhängern, wozu ja auch der Präsident selber, als er noch einen Twitter-Account hatte, aufrufen konnte. Er hat ihn ja nach wie vor. Ja, hat er ihn schon wieder zurückbekommen? Er kann ihn aktuell nur nicht suchen. Er kann ihn aktuell nicht suchen, sich vielleicht auch nicht, er wird jedenfalls nicht angezeigt, glaube ich. Ähm. Er ist gesperrt, er kann nichts posten und er wird nicht angezeigt, wenn ich mich, wenn ich richtig informiert bin. Ich gucke einfach mal parallel. Ich habe keinen Twitter, deswegen kann ich nichts zu sagen. Er wird dir tatsächlich auch nicht, er ist auch nicht rausgeworfen, gerade, also auch als Person nicht. Okay, also das war die Situation, große Demonstration in Washington von Trump-Anhängern und plötzlich bewegt, plötzlich würde ich jetzt schon mal wieder anfangen in Anführungsstrichen zu setzen, bewegte sich die Masse eben auf das Kapitol zu und begann zunächst an der Außenfassade oder im Außenbereich, im äußeren Perimeterschutz vorzudringen und dann praktisch das Kapitol zu betreten, ähm, versuchte währenddessen den Sitzungssaal zu stürmen, wo es ja eigentlich primär in diesem Moment auch darum ging, den Wahlsieg von Joe Biden zu verkünden, beziehungsweise dann auch auf der parlamentarischen Ebene zu bestätigen. Das war ja die Situation, es kam zu Ausschreitungen und Gewalttaten, die Konsequenz war, dass fünf Menschen jetzt inzwischen starben, darunter mindestens ein Polizist, ähm, der in einer Auseinandersetzung mit Demonstranten wahrscheinlich durch den Schlag mit einem Feuerlöscher im Krankenhaus verstorben ist. Insgesamt standen sich also 8.000 Trump-Anhänger, 2.300 Beamten der Kapitolpolizei, nein, 1.600 sogar, weil die Kapitolpolizei verfügt über insgesamt 2.300 Beamte und 1.600 Beamte waren im Einsatz an diesem Tag. Und da fängt es dann, du hast es mir, du hast mir vorneweg aus dem Herzen gesprochen und warum ich gerne dieses Thema heute auch nochmal kurz anreißen wollte, weil die, ich nenne es jetzt, auch wenn ich mich unbeliebt mache, aber die Inkompetenz von Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit, ich sag mal, Demonstrationen aus dem rechten, verschwörungsideologischen Bereich ist ja kein amerikanisches Problem, sondern die Wiederholungen sind ja, oder das, was wir am Kapitol erlebt haben, setze statt Kapitol Bundestag ein, so wie du es ja auch gerade eben gesagt hast und du hast eigentlich 1 zu 1 die gleiche Situation, wie wir es am Reichstag hatten. Genau. Mal davon abgesehen, gut, bei uns sind keine Menschen gestorben und die Demonstranten im Kapitol sind deutlich weiter vorgeschritten. Und diese Aussage auch Sund oder Sund, je nachdem wie man ausspricht, das war der damalige Leiter der Kapitolspolizei, der ist ja danach zurückgetreten, sagte am Donnerstag, seine Behörde habe lediglich mit einer Kundgebung von Trump-Anhängern gerechnet, die Ausschreitung bezeichnete er als kriminelles, randalierendes Verhalten und das erinnerte mich so ein bisschen auch an die Einstufung des Landesamtes für Verfassungsschutz hier in Berlin, der ja auch im Nachhinein sagen musste zum Sturm auf den Reichstagstreit, ja, von den Demonstrationen wussten wir und das, was dort angekündigt war, nämlich die Organisation Sturm auf den Reichstag, das war ja alles nur Verbalaggression gewesen. Das haben wir an dieser Stelle tatsächlich überhaupt nicht ernst genommen und dass das dann die Konsequenz daraus ist, ja gut, meine Güte, dafür können wir auch nichts. Ja, das war tatsächlich ein bisschen, also gerade hier in Berlin, das war sehr schlecht pressetechnisch ausformuliert worden, sich hinzustellen, zu sagen, ja, also das war ja alles, also das haben die ja nur gesagt, ja, genau, das ist die erste, die erste Stufe von zu ich gehe jetzt demonstrieren von ich sage das mal weiter. Das, da haben sie sich nicht, da haben sie sich selber mit keinem Gefallen getan mit der Aussage, aber gut, sind halt alles Menschen, kommst du nicht drum rum, aber fand ich auch tatsächlich sehr witzig. Was mich ein bisschen erschrocken hat, ich habe tatsächlich an dem Tag bis knapp nach Mitternacht Livestream von Welt gelesen und mich auf Twitter rumgetrieben, es ist tatsächlich auch in, ja, deshalb bin ich ja bei Twitter und bei Telegram, um den Bogen zu unserer Diskussion von vorhin zu schlagen. Ah, okay. Interessant, was mich noch ein bisschen überrascht hatte, und ich glaube, das ist ein Phänomen, mit dem wir in der Zukunft tatsächlich stärker rechnen müssen und wo wir auch die internationale Zusammenarbeit auch stärker forcieren müssen, es hat sich in Welt, also in der Welt, ehemals N24, für diejenigen, die sich nicht damit so beschäftigen oder keinen Fernseher mehr haben, hatte sich bei Steffen Schwarzkopf, bei dem Journalisten vor Ort, praktisch einen Demonstrant reingezwängt und den hat er dann auch gleich interviewt, wie das war und er sagte eine Aussage, die mir wirklich irgendwie wie so ein Schauer in dem Rücken runtergelaufen ist und ich hoffe, das hat der ein oder andere an dieser Stelle tatsächlich noch auf dem Schirm, der sagte nämlich, ah, deutsch, also nach dem Motto, ich zitiere jetzt nicht wortwörtlich, aber so nach dem Motto, ah, deutsches Fernsehen, naja, wir haben ja gesehen, was in Berlin passiert ist, heute sind wir weiter als in Berlin gekommen und das war für mich so dieser Moment, wo ich mir dachte, ach, guck mal an, also die Welt oder diese Gesellschaftsform jetzt mal nett ausgedrückt, die schauen schon aufeinander, sind, ich will jetzt nicht vielleicht nicht sagen, sie sind nicht unbedingt vernetzt, aber sie schauen schon aufeinander, was passiert in Berlin mit dem, und er hat ja sich eindeutig auf August Last Year bezogen, also auf das, was du ja auch gerade eben angesprochen hast, auf Sturm der Reichstagstreppe, das war dem schon präsent gewesen und ich glaube oder befürchte jetzt wirklich ernsthaft, dass natürlich auch diese Kräfte und man sieht das in der einen oder anderen, zumindest wenn Screenshots aus diesen Telegram-Gruppen rumgehen, sieht man das auch in der einen oder anderen Telegram-Gruppe, dass genau diejenigen, die diesem Klientel des Reichstagsturms zuzuordnen sind, auch ganz genau geguckt haben, was ist denn eigentlich am Kapitol passiert und die Erkenntnisse, diese Lerneffekte, die sie dort haben, auch in ihre zukünftigen Aktionen mitzunehmen. Ich denke mal, das ist nicht ganz unrealistisch an dieser Stelle. Sag noch mal, also das, was du von dem Typ noch gesagt hast, war das ein Zitat? Ja, ich will ihn jetzt nicht zitieren, also ich kann ihn nicht zitieren, aber er hat das so gesagt, er hat auf Berlin verwiesen, das hatte mich tatsächlich an dieser Stelle echt etwas überrascht gehabt und das ging schon in den deutlichen Vergleich hinein, was hat man im August 2020 am Bundestag erreicht und wie weit sind die Leute, jetzt die Trump-Anhänger am Kapitol gekommen? Also, ich würde behaupten, meine Vermutung oder meine Aussage ist recht bis sehr vermessen. Die Frage, die sich mir an der Stelle stellt, was haben Amerikaner vielleicht für ihren Sturm aufs Kapitol von uns mitgenommen, um da reinzukommen? Wie gesagt, das ist sehr vermessen. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner sich unbedingt in der Hinsicht was von den Deutschen abgucken, wobei wir ja eindeutig vorher... Diesmal waren wir die Ersten. Das waren wir die Ersten, ja super. Was mir noch gerade so durch den Kopf ging, als du gesprochen hast, du hast gesagt, die haben 5000 Kapitol-Polizisten im Kapitol. Nee, äh, warte, 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 warte. Lies doch selber im Plan. 2300 und 1600 Beamte waren im Einsatz gewesen. Okay, 1600 Leute gegen 8000 Demonstranten. Da kannst du eigentlich froh sein, dass sie sich nicht alle hart über den Haufen geschossen haben. Ja, das war ja so ein bisschen die Befürchtung, weil es wurden ja in diesem Abend, darüber hat ja nachhinein kaum noch einer mehr gesprochen, aber es hat ja in diesem Abend ja auch keine, das sind ja in diesem Abend ja auch, ähm, Sprengsätze gefunden worden an diversen Gebäuden. Jetzt überlege ich jetzt mal gerade, wir hatten, in Berlin hatten wir 3000 Beamte, die roundabout, glaube ich, nachher 20.000 Demonstranten gegenüber standen. Also, hier haben wir ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 4, 3000 zu 20 ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 3. Ähm, also auch die Machtverhältnisse sind sehr, sehr ähnlich, finde ich. Äh, ja, wie gesagt, also ich finde es, ich finde es halt krass, ähm, die Amerikaner, oder das amerikanische Volk ist ja bei uns klischeehaft nicht gerade dafür bekannt, dass die, was ihre Waffen angeht, äh, angeht, äh, davon nicht Gebrauch macht. So, und wenn du hörst, dass da sich, äh, 1600 und 8000 Leute gegenüberstehen, dann bin ich, also ohne jetzt die genauen, äh, Rechtsverhältnisse in Amerika zu kennen, ich denke mal, in Washington wird es auch nicht, also würde ich jetzt behaupten, ist jetzt auch kein Staat, wo du die Waffe frei rum, mit dem Ding frei rumlaufen kannst, wenn man das nicht ohne weiteres, ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, da kannst du froh sein, dass die Beamten nicht die Demonstranten einfach über den Haufen geschossen haben, ähm, äh, und da quasi ein zweites Ford, was hieß denn das, Ford Alamo draus gemacht haben, Dankeschön. Bitte. Äh, wobei, da waren es ja nicht die Amerikaner, da waren es die Mexikaner, ähm, also, finde ich das schon echt bemerkenswert, aber wie gesagt, ich finde das schon, es nimmt beängstigende Züge an, dass wir das hier in Berlin quasi schon erlebt haben und das in Amerika jetzt auch passiert und da sogar mit deutlich besserem Erfolg als bei uns, wobei ich finde, dass man ja auch gegenüberstellen muss, die haben 1600 Beamte, die sich um das Kapitol kümmern. Ja. Also, rein Kapitol und die Zahl, die du genannt hast, das waren ja alle Polizisten, die für diese drei Demonstrationen, drei oder vier Demonstrationen, die stattfanden, waren ja die eingesetzten, also das ist ja nicht die reine Polizei, die im Reichstag eingesetzt ist. Ja, ich gucke, genau, das war ja die für die Außenhautabsicherung, ich versuche mal gerade parallel, während du erzählst. Nämlich, der Bundestag hat ja eine sogenannte Bundestagspolizei, die sind nur für den Bundestag zuständig, wobei das auch nicht so einfach ist, aufgrund der rechtlichen Lage, die haben da eigentlich keine Hoheit oder sowas, also das ist so ein bisschen besserer angezogener Sicherheitsdienst, um das so ganz böse zu sagen. Genau kriege ich die Verwurschlung aber nicht mehr auseinander, aber die eigentlich reine Reichstagspolizei, oder nicht Reichstagspolizei, die reine Bundestagspolizei heißt die, die ist von der Aufstellung, hätte ich gesagt, deutlich kleiner als die Kapitolpolizei und von daher finde ich es schon bemerkenswert, dass die es geschafft haben, dass keiner reingekommen ist. So, lass uns mal kurz gucken. 187 Beamte. Ich wollte gerade sagen, laut Wikipedia haben sie 210 Stellen. Okay. Ja, ich habe jetzt eine Zahl laut Wikipedia von 2019, aber ob 189 oder 210, das ist tatsächlich jetzt nicht der Aufwand. Ich glaube, das macht jetzt hier nicht den Kohlfett. Nicht den Kohlfett, um es jetzt mal genauer zu sagen, genau. Nee, ich glaube, was wir beim Bundestag erlebt haben, war ja auch, glaube ich, so ein bisschen eine Schockstarre der Demonstranten, weshalb die auch nicht weitergegangen sind, sondern es war ein bisschen so diese Schockstarre nach dem Motto, scheiße, wir hätten ja jetzt echt nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Jetzt haben wir in den USA erlebt, ich komme in Gebäude rein. Übrigens, by the way, jetzt nicht von einer Demonstration heraus, aber auch bei uns haben es ja jetzt schon Demonstranten in dem Bundestag geschafft. Durch Einladung der, offensichtlich auch in Teilen der AfD-Fraktion. Jetzt hat man in den USA, also ich spinne jetzt mal einfach so eine Geschichte kurz an dieser Stelle. Man hat am Reichstag gesehen, scheiße, okay, man schafft es, die staatlichen Behörden haben uns nicht so wirklich auf dem Schirm, wir können da ankündigen, wir können in unseren Telegram-Gruppen alles Mögliche schreiben. Am Ende schaffen wir es auf die Reichstagstreppe. In den USA hat man jetzt gesagt, jo, auch wir können, die nutzen irgendwie ein anderes System, die nutzen nicht Telegram, sondern Paldeck oder irgendwie sowas, ähm, ist ja wurscht, nutzen ein anderes System, aber die haben so gesagt, okay, wir können uns darüber organisieren und wir können darüber auch Parler, so Parler nennen die, nutzen die, damit wir hier ordnungsgemäß und korrekt sind, wir können uns darüber organisieren, wir können auch ankündigen, dass wir uns die Macht zurückholen, als Volk, ähm, praktisch die staatlichen Einrichtungen, die gehören ja uns, das war ja so diese Hauptargumentation, die müssen also für uns auch arbeiten, ähm, die holen wir zurück und wir kommen bis in den Bereich hinein, so. Jetzt vermute ich, vermute ich einfach mal über diesen Lerneffekt, ich glaube, da waren auch viele darüber überrascht und geschockt gewesen, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Deshalb haben wir vielleicht in den USA auch so wenige, in Anführungsstriche, Tote erlebt, weil beide Seiten, ähm, mit der Situation vielleicht auch über, überfordert gewesen waren, so, aber... Ich verstehe, was du meinst. Wir haben jetzt auch dort wieder einen Lerneffekt. Dass sie sich quasi beide Seiten gedacht haben, öh, wir sind bis hierher gekommen, öh, die sind bis hierher gekommen. Genau. Äh, dann kommt ja noch hinzu, das wollte ich auch nur mal kurz erwähnen, weil das dürfen wir nicht vernachlässigen. Man hat ja deshalb nur die Nationalgarde, ähm, also aus der Begründung heraus, andere vermuten ja, dass es dadurch ging, dass das Verteidigungsministerium ja noch einer der wenigen Trump-Anhänger an dieser Stelle war, ähm, aber man hat ja auch deshalb die Nationalgarde so spät erst, äh, entsendet, weil man der Meinung war, ähm, Militärengehörige im Kapitol würde ein sehr schlechtes Bild der Demokratie und der Gesellschaft und der politischen, des politischen Systems der USA abgeben, wo ich mir dann einfach denke, Moment mal, also da hast du Demonstranten da drin, die gerade die Demokratie vollkommen und in einer der perversesten Art und Weisen entblößen und ein noch schlechteres Bild abgeben und ihr als Staat sagt, also wenn wir jetzt noch die Nationalgarde schicken und viele haben ja in diesem Abend Bilder gepostet zwischen den Vergleichen zwischen Black Lives Matter Bewegung, wie die Nationalgarde dort aufgestellt war und wie die Sicherheitsvorkehrungen zu, ähm, den, ähm, jetzt zu diesem Sturm waren und auch den Ankündigungen gewesen sind, also, dass das waren ja Welten, die dort unterschieden waren. Ich glaube, wir, es wird einfach komplett vernachlässigt, ähm, dass das einfach auch da eine Gefahr von solchen Personen und Gruppierungen ausgeht. Ja, aber ich glaube, das ist auch diese Sache, dass, ähm, dass die Behörden offensichtlich macht, die hinter diesen sozialen, dieser sozialen Vernetzung hängt oder steht, dass die noch sträflich unterschätzt wird. Also, ich bin der Meinung, klar, das ist irgendwie wie Eingriff in die, also könnte man jetzt deklarieren, als Eingriff in die Meinungsfreiheit, aber, dass die sich, ähm, derart krass auf Telegram austauschen können, also auch jetzt hier ein Wendler, hier der, der, äh, vegane Schwurbler da, ähm, dass die sich da so krass austauschen können, ohne dass, dass die quasi, also, ohne dass die da, äh, zur Rechenschaft für gezogen werden, für das, was sie da machen, weil's, weil die Justiz zu langsam ist, weil sie die nicht packen können, auf was, auf, was auch immer der Grund dafür ist. Aber ich glaube, das ist so ein Grund, ähm, wie Rezo schon gesagt hat, du erziehst dir die halt auch so. Ja. Ne, also, ich kann sagen, was ich will, mir passiert nichts und ich glaube, dass man das so sträflich unterschätzt und sagt, ja, die schreiben das in ihren Gruppen. Ja, genau, die organisieren ihren kompletten Auftritt über diese Gruppe. Mach dir mal einen Kopf drum, dass man da sich so sträflich hinstellt und sagt so, ja, naja, die reden ja nur. Ich glaube, das ist halt auch so, wieder ein typischer Fehler von, zumindest in Deutschland, würde ich sagen, von unseren Behörden, dass man das einfach so vernachlässigt, ohne da wirklich ein, äh, Konzept zu haben oder schneller darauf zu reagieren. Du hast gerade. Ist ja ähnlich, ist ja ähnlich wie mit den ganzen, ähm, ach, hier, wie nennen wir die immer, mit den ganzen Gaffern. Ja. Wie lange haben wir über Gaffer berichtet und darüber, dass Feuerwehr und Einsatzkräfte, weiß ich nicht, über Autobahnen laufen mussten, weil sie nicht durchgekommen sind, äh, bevor da in irgendeiner Form was unternommen wurde. So. Mhm. Der, der, der Erziehungseffekt, den, den hat man, glaube ich, auch im Nachhinein ganz, äh, wunderbar gesehen, weil die sind ja auch mit einer Selbstsicherheit vor die Kameras getreten, haben ihre Selfies gemacht, etc. Und das ja auch im Netz hochgeladen. Und da hat keiner, kein einziger in diesem Moment darüber nachgedacht, warte mal, könnten das nicht zu irgendwelchen Konsequenzen bei mir führen. Also, ähm, wenn ich da jetzt plötzlich auftauche mit, das, das, das war ja, also man darf ja eigentlich nicht lachen, aber dieser Typ, der dieses, dieses Stehpult von der, ich weiß gar nicht, Senatsvorsitzenden da rausgetragen hat und dann noch schön in die Kamera gewunken hat und so, äh, gegrinst hat, dass, dass die sich nachher alle darüber wundern und überrascht sind, dass plötzlich das FBI an der Tür klopft, beziehungsweise, das fand ich ja richtig genial, ich kann nicht hier, wenn du es noch nicht gesehen hast, leite, schicke ich dir das nachher nochmal zu, ähm, dass es auf, auf, auf TikTok ein Video rumgegangen ist, das dann auch in den anderen sozialen Netzen geteilt wurde, wo dann Trump-Anhänger heulend am Flughafen sitzen, weil sie einfach nicht aus Washington wegkommen, weil sie jetzt auf den Non-Flight-Listen für Terroristen stehen, ähm, und dann auch wieder die, die, die Gefahr oder die, die Schuld, nicht die Gefahr, sondern die Schuld bei anderen suchen, die ruinieren gerade mein Leben und das ist, ähm, was, wie, wie können die doch nur und auch wirklich aus diesem Selbstgefühl sind und ich glaube, das sind die gleichen Verschwörungserzähler und Ideologen, die wir auch in Deutschland haben, die wirklich der Meinung sind, ey, da tue ich was Gutes und dann feststellen, dass der Staat dann auch in einer gewissen Brutalität zurückschlägt und ich habe tatsächlich überlegt, ähm, ob ich das gut oder schlecht finde, den USA ist ja relativ schnell auch private Instagram-Gruppen, ich, äh, verfolge auch einer davon, ähm, aufgetreten, wo praktisch auch Privatpersonen angefangen haben, äh, Fotos aus, äh, Videoschnitten von Personen, die daran beteiligt waren, ähm, herauszuziehen und die online zu stellen mit einem Fahndungsaufruf, um dann diese Informationen, die sie darüber über die sozialen Netzwerke zu den Personen sammeln können, ähm, tatsächlich dann ans FBI weiterleiten können, da bin ich zwar ein bisschen zwiegespalten, weil ich dann immer noch irgendwo so ein bisschen Datenschutz und Selbstjustiz und selber in die Fahndung gehen, finde ich immer noch ein bisschen schwierig, aber das, einfach von diesem, von diesem Gedanken her, dass keiner damit gerechnet hat, dass das, dass das passiert, dass wenn ich mich filme und streame, dass irgendwann meine, meine Fotos dann auch irgendwie auftauchen, also es muss ja auch so ein gewisser Rausch in dieser Situation gewesen sein, zu sagen, ich beteilige mich daran, ohne drüber nachzudenken, was mir daraus dann in der Zukunft passiert, total faszinierend, auch aus einer psychologischen Perspektive. Ja, ich glaube, dass, also auf der einen Seite, ich finde es witzig und auch irgendwie gerecht, dass dann einige auf der Non-Flight-Liste standen, finde ich, also, sich irgendwo hinzustehen und sagen, so, ja, und jetzt machen wir alles, ach, scheiße, hat nicht funktioniert und ich fahre wieder nach Hause, finde ich eine geile Konsequenz, so, einfach mal zu zeigen, so, ey, wenn du dich scheiße oder falsch verhältst und ich, also, ich habe nichts gegen Demonstranten und Demonstrieren, aber das ging einfach einen Schritt zu weit, finde ich es als Konsequenz eigentlich echt geil, wenn es dann heißt, alles klar, sie sind für uns aktuell ein Terrorist, Amerika ist ein bisschen krass, weil die nehmen die da, glaube ich, ja nicht mehr runter, da hast du ja quasi verloren, aber ich finde das witzig, also, weil es halt so schön die Konsequenz aufzeigt, so, okay, also, du stürmst das Kapitol, du bist quasi antidemokratisch eingestellt, dann bist du für uns auch ein Terrorist, weil Terrorist ist ja nicht nur Islam, beziehungsweise Islam ist kein Terrorismus, sondern eine Glaubensrichtung, sondern der Islamismus, nicht nur Islamismus ist Terror, sondern Terror kann auch von innen kommen, von rechts, von links, whatever, von mir, also auch aus der Mitte, dass sie jetzt diese Konsequenzen zu spüren bekommen, auf der anderen Seite, dass es Leute gibt, die da, weiß ich nicht, Sachen teilen, dem FBI zur Verfügung stellen, ja, es gibt leider Extreme auf allen Seiten, also, wo Leute, die dem FBI helfen wollen, ob das jetzt gut und richtig ist, sei jetzt dahingestellt, als natürlich dann auch die Leute, die sich da aufzeichnen und sich die ganze Zeit im Recht sehen und den Justizbehörden da in die Hände spielen, hast du ja aber hier in Deutschland ja auch, also, die stellen sich ja mit einer Kamera vor die Polizei oder auch vor die Journalisten und sagen denen, ja, ihr seid Vaterlandsverräter, ihr kommt vor das Tribunal, vor das Kriegsgericht, ihr werdet alle gehängt und ihr dann auch nur denkst, also Todesstrafe gibt es in Deutschland nicht, Tribunal macht keinen Sinn, Kriegsgericht für eine zivile Behörde macht noch weniger Sinn, also, die sind ja fernab der Realität, aber diese zwei krassen Richtungen, die hast du ja leider in allen Lagern, da kommst du ja nicht drum rum. Ganz kurz letzte Parallele dazu nochmal, beziehungsweise nicht Parallele, aber es hatte mich so ein bisschen geärgert, wir hatten ja nach der Situation ja auch ganz schnell wieder Diskussion, muss der Bundestag stärker und besser gesichert werden? Hatten wir auch in diesem einen oder anderen Podcast, in dem wir darüber gesprochen haben, wo man dann zum Ergebnis kam, oh nee, also uns in Deutschland kann das ja nie wieder passieren, jetzt ist 6700 Kilometer etwas passiert, jetzt nimmt man das tatsächlich dann doch plötzlich ernst, also auch der Bundestag im Außenbereich soll durch die Landespolizei besser gesichert werden, am Sicherheitskonzept haben wir ja auch schon im einen oder anderen Podcast besprochen, zumindestens was baulich ist, in Washington ist ja relativ schnell ein Zaun hochgezogen worden, außenrum, das funktioniert ja aus Denkmalschutzgründen in Berlin ja nicht in dieser Form. Also kommt der Wassergraben wieder. Also kommt der Wassergraben, über den wir in unserer allerersten Folge der Sicherheitsphilosophen schon gesprochen haben, also wir sind immer brandaktuell und zukunftsgerichtet beim Thema. Ich hoffe, die kommen nie auf diese Idee mit diesem Graben. Sie sollen Kogodile reinpacken und dann passieren Unfälle, Unfälle können passieren. Der Witz an der Sache ist ja, wir haben ja das, das Regierungsviertel, das ist ja noch gar nicht alt. Also das findet sich mehr oder weniger immer noch im Ausbau, beziehungsweise haben sie ja relativ viel ausgebaut und viel drin gemacht. Und wenn sie jetzt einen Wassergraben ziehen wollen würden, müssten sie ja quasi das halbe Regierungsviertel wieder auseinanderreißen. Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber gut, das ist nicht meine Aufgabe. Ich hoffe, dass ich finde da jemanden, der eine vernünftige Meinung hat und nicht auf die Idee kommt. Ja, klar, machen wir. Die Hälfte des Geldes. Die Breitscheidplatz, jetzt haben wir darüber nachgedacht, jetzt sind wir dran. Also so ungefähr in den nächsten 10 bis 15 Jahren können wir mit einer Idee rechnen, die dann nochmal 20 Jahre dauert, bis sie umgesetzt wird. Wir haben darüber nachgedacht, wir haben uns dazu entschieden, wir möchten gerne was machen, was das ist. Dazu müssen wir uns noch entscheiden. Ja, ich möchte, bevor wir hier uns verabschieden, das habe ich gerade durch Zufall gesehen, das ist irgendwie untergegangen. Aber ich habe zu unserer Jahresrückblick-Folge, also der letzten Folge aus 2020, gerade noch einen Kommentar gefunden von Tiberius. Und den finde ich total spannend. Werde ich auch tatsächlich auch nochmal schriftlich darauf antworten. Aber den möchte ich dir kurz nochmal vorlesen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, Thematik Sicherheitsdienstleistungsgesetz, beziehungsweise wie sieht die Zukunft aus? Er schreibt, ich gehe euren Kanal seit Beginn und finde die Idee sehr interessant, quasi weg vom klassischen Tutorial 34a. Also erstmal vielen Dank für das Kompliment und für das Feedback an dieser Stelle. Zum Thema Sicherheitsdienstleistungsgesetz muss ich zumindest sagen, dass ich den Sicherheitsmitarbeiter nicht mehr befugt ist, als jedermann Rechte plus Hausrecht zugestehen möchte. Herr Lenert vom BDSW nannte in einem Interview zum Beispiel, dass Recht des Platzverweises mir graut ist, wenn ich mir vorstelle, dass private Sicherheitsmitarbeiter solche hoheitlichen Rechte bekämen. Selbst die Polizei muss einen solchen Platzverweis vorrechtlich prüfen, in Klammern gedanklich. Voraussetzungen sind unter anderem eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und diese Prognose muss auf Tatsachen beruhen. Da führt ein bisschen aus, was das auch für die Polizei bedeutet. Die Definition von Gefahr und öffentliche Sicherheit muss beherrscht werden, heißt das im Konkreten. Also gewisse Rechtssicherheit auch dahin. Das Gewaltmonopol muss beim Staat bleiben. Ein Zugestehen hoheitlicher Rechte im Kleinen führt irgendwann in ferner Zukunft vielleicht zu einer starken Vermischung, was für den Bürger vielleicht noch schwieriger wird, privat von Staat zu unterscheiden. Privater haben mit dem Jedermannrechten und Hausrecht schon viele Handlungsmöglichkeiten. Ja, vor allem, also ich finde das richtig, was er schreibt. Wenn es eine Sie ist, entschuldigen wir uns an dieser Stelle. Ja, ist ein Mensch, der Mensch in der deutschen Sprache ist ein... Der Zuhörende? Der Zuhörende. Der Zuhörende. Da sind wir jetzt schlechterneutig. Ja, aber der Zuhörende wäre ja auch männlich. Okay. Finde ich übrigens auch interessant. Hier gendern. Hatte ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt. Der Zuhörende bezieht sich nicht auf die männliche Person, die dahinter steht, sondern es handelt sich lediglich in der deutschen Sprache um ein maskulines Wort. Deswegen der Artikel der und bezieht sich überhaupt nicht darauf, dass Frauen damit per se ausgeschlossen sind. Das nimmt man heute nur an. Wenn ich aber die Zuhörende sage, in dem Fall, beziehungsweise Zuhörender, Zuhörende ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich irgendwas dekliniere mit innen, dann schließe ich per se Männer damit aus und damit ist das deutlich diskriminierender, als wenn ich einfach nur Mitarbeiter zum Beispiel sage. Inhaltlich? Jetzt zum Inhalt zurück, auch wenn wir überziehen. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Ich finde, die Überlegung, die jetzt bei mir einfach aufkam, Sicherheitsdiensten das hoheitliche Recht des Platzverbeses zu erteilen, finde ich auch echt schwer. Für mich, in meinen Augen, hat es dann auch wieder sowas von Ja, ich mag dich nicht. Du hast jetzt einen Platzverweis. Du musst jetzt gehen. Die Frage, die sich halt stellt, ist, wer prüft das? Was kommt am Ende bei raus? Also in erster Linie als Sicherheitskraft hast du halt schon mal Vorteil. Und wenn du dann hinstellst und sagst, ey, du hast mich blöd angeguckt, du hast einen Platzverweis, verpiss dich. Ja, super. Das ist halt genauso wie, zumindest bei mir in der Schulzeit, meistens hat der Lehrer irgendjemanden bestimmt, der hat eine Liste geführt, wer am lautesten in der Klasse war und dafür hast du dann immer Strichlisten geführt. Wer, der vorne stand, war immer der Angearschte, weil der hat ja alle aufgeschrieben und alle, die saßen, fühlten sich benachteiligt, weil der hat immer nur dich aufgeschrieben. Also in der Hinsicht, finde ich, macht das halt einfach keinen Sinn, das an Sicherheitsdienste zu geben. Die sind mir nicht objektiv genug oder nicht, ja doch, nicht objektiv genug und ich finde, staatsgebunden ist eine gewisse Objektivität vorhanden. Und vor allem kein wirtschaftlicher Druck, der dahinter steckt, weil das ist mir nochmal bewusst geworden, als ich mich jetzt mit der BMI-Rückantwort zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz beschäftigt habe, da wird ja auch viel die Privatisierung von öffentlicher Sicherheit gefordert und ich glaube, das ist kein guter Trend an der einen oder anderen Stelle, weil dann kann sich eben, dann kriegt halt eben der Sicherheit und in Klammern mit mehr hoheitlichen Rechten oder mehr Befugnissen mehr Sicherheit, der sich das eben leisten kann. Ja. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind, ja, im Zeitlimit. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schönen Abend. Lasst euch nicht vom Sturm, vom Gewitter, es werden gerade Gewitter hier, ich weiß nicht, ob das passt. Ja, bei mir nicht. Also ich habe auch gelesen, das Gewitter trendet gerade total auf Twitter, aber... Lasst euch nicht wegwehen, bleibt gesund vor allen Dingen, noch ist das ja nicht überstanden. Genau, haltet euch an die Regeln. Genau. Bleibt zu Hause, stürmt nichts und niemanden. Schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, je nachdem. Und wir hören uns dann so in... Nach zwei Wochen. Genau. Alles klar. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.